Ich hab so lange überlegt und du hast die Hülse einfach nach zwei Sekunden. Und damit herzlich willkommen bei Nostera Feedback. In euren Ohren sitzt der Watchdog-Song Es geht los. Heute haben wir tolle Gäste da. Einmal unseren Quoten-Nigger. Einmal unseren Quoten-Nazi. Gleich die Political Correctness über Wortwerfen. Ich hab dir letztens noch ein anderes gezeigt. Das Feedback hat bereits begonnen. Es geht um deutsche Pünktlichkeit. Ich nehm die Zwiebeln dann, gell? Die mag ja die Zwiebeln. Auf jeden Fall gehts hier grad übelst los. Ich hab dir auch die Frage. Ich kann ja vorlesen. Ist das der Screenshot ja gut? Ja Leute, wir haben nämlich echt viele Fragen kürzen müssen. Weil der Dullach war ziemlich lang diesmal. Es waren irgendwie 218 Fragen. Das ist einfach zu krass. Ich hab's den Dullach. Ich lasse mich dann vor durch den Dullach. Das ist so hart. Da fällt die Sniper ab. Du schieft scharfe Ladungen. Ist das geil. In your face ey. Jo, ihr seht, es ist ja geordnet. Es sieht man eigentlich alle. Ach, es geht schon los? Ja. Ich glaube man sieht Kalle nicht. Kalle sieht man nur, wenn er sich vorbeugt. Ich komm da nachher noch wieder rein. Kalle kommt gleich. Kalle ist noch. Ich kann auch hier noch. Ja, genau. Ein Rottwein Stückchen. Ja, Mama. Komm her. Das ist auch vor allem, du siehst, er ist ja organisiert bei uns. Urbräu. Ah ja, genau. Ich trink heute auch mal was. Robert, wolltet ihr ja natürlich wieder sehen. Und Robert hat sich jetzt hier rein getränkt. Der ist schön. Ihr seht, er hat eine Glatze. Wir haben Hitman schon ein bisschen gefilmt und so. Alles über Sky. Robert macht das schön. Bist du abgedreht? Ne, ja. Du warst ja in der Schule. Aber dafür brauchen wir ja deine Glatze nicht mal sehen. Aber ja. Ne, also. Und schon bist du abgedreht. Und schon bist du abgedreht. Und schon bist du nicht weg. Nein, lass uns nicht darüber ins Detail gehen. Wenn die Leute warten lassen, was es schon lustig ist. Und das hier ist Sabi. Ein hübscher Mensch. Moment. Ein hübscher Mensch. Bei Mensch hast du kurz getraut. Ja, du hast ein bisschen... Ja. Ne, ich wusste Gott. Ab Menschen stimmt oder nicht, ge? Political Directness. Ach, schlecht drauf. Was soll ich denn da mitziehen? Nein. Ach so gut. Wolltst du, willst du, wollen wir hier die Rotta eröffnen, indem du kurz was zu deiner Person sagst oder soll ich einfach... Ne, ich lustig. Ne, ich lustig. Samy ist zur Zeit studierter in Rumänien und cleert haufenweise Bitches. Für Robert. Weil die kostenlos sind. Aber Robert meint nach einer gewissen Zeit kann man den Ekel überwinden oder... Dann wird's lustig. Aha geil. Dann wird's richtig geil. Der erste Kommentar, der hier steht, ein Pancake rings voll. Einer? Wieso liest du denn vor, wenn du jetzt... Ist das ein Kao? Wir haben ja voll die Krückenunterteilung. Ich sitz da dazwischen. Ja, jetzt besteinigt euch mal da drüben. Kala muss jetzt erstmal ins Bild. Ich hab... Ich bin wirklich im Bild hier. Ja, der ist im Bild. Ja. Nyga, Pancake, Kiwi. Chaos Maus ey. Ich hab diesen Watchdog-Song jetzt seit dem Gamescom-Video als Ohrwarmen. Und er geht einfach nicht. Sind nur noch andere. Er geht einfach nicht aus dem Kopf. Nee, weg. Das aus dem Kopf hab ich geracht. Nee. Warum machst du jetzt? Weil ich immer so hin und her schieben muss auf meinem... Der Räder war so. Ich dachte, du meinst die Leute, die hier sitzen, sind ja noch andere alter, weil du so asozial geredet hast. Ja. Und jetzt kann man sich mit... Mit Video unhüpfen. Das finde ich übrigens gut, dass ich da fand, weil ich bin mit dem Song. Ja. Zechtausend reviews geknackt, Leute. Die Frage. Robin, du hast ja den nächsten Song schon gehört. Verrate nicht das Thema. Wird ja auch so ein Erfolg haben. Nicht so sehr am Erfolg, aber der ist schon echt... Mario. Zelda. Link. Ich darf das nicht spoilern. T-Shots. 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 Kacke. Was? Ey, da kannst du doch ein Lied über Kacke machen. Ey, gut, dass ich... Mein nächstes Lied handelt von Dullerhahn. Der Dullerhahn, der steigt auf und dann kommen acht Finger und Hände. Und dann kann man sich irgendwie so drehen. Oh man, ja, ich hab übelst viele Fragen gekürzt und wir schleifen aber trotzdem hier übelst. Also Leute, sorry für alle, die hier nicht drin sind, aber echt 218 Kommentare. Ey, ich hab echt ein bisschen Angst wegen dem Bier und dem Lippe und so. Ach was schon. Nix. Anja wird drauf aufpassen. Bei meinem Handy ist es abgetrocknet. Ja, scheiß drauf. Special Artistry. Was sagt ihr zur Graffiti-Szene, beziehungsweise die Hip-Hop im Allgemeinen? Könnt ihr durch Banksy? Haben wir da nicht mal so einen... Was so einen Künstler? Wir haben einen Künstler gemacht, ja. So einen Scheiß. Dann sind wir durch die Stadt gezogen. Ne, die kommen mit Alkohol. Ich kann nicht mehr. Scheiße, ich hab dir bis heute nicht. Ich führe, ich kotze. So, Anja Racki. Yeah. Yeah. Ey, was wirds. Schandi, die trinken doch alle nichts. Ich dachte vielleicht, ich trink Eier nicht mit wie letztens. Die trinken viele nicht mit. Ich nehme auf jeden Fall. So, wer win? Hey, hey, hey. Ey, hey, hey. Ey, trinkt ja die Hälfte nicht. Das ist es ja, deswegen... Ich trink heute nicht wieder den... Ich würde nicht gerne eine Hälfte doppelt. Falls es noch jemand nicht weiß, aber wir sind immer noch bei Munzur. Bei Munzur. 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 Ein Applaus. Bester Typ überhaupt. Das war echt sehr stark. Das war echt sehr stark auf jeden Fall. Du hast noch nichts hier. Danke schön. Ich bin erst mal hier auf der Hälfte. Vielen Dank. Du kannst mit trinken. Der trinkt mit. Trinkst du mit? Trink zusammen, komm. Da hat er keine. Egal, der gar nicht. Selbst wenn, der braucht keinen. Der krieg mich am Arsch. So, bitte. Dann. Auf Munzur. Auf Munzur. Auf Munzur, ey. Danke schön. Tschüss. Danke schön. Ballert oder was? Ballert. Ja geil. Wozu braucht ihr das hier? Da sind unsere Fragen, die wir beantworten. Er hat doch den Dödo gezeigt. Ach so. Das sind unsere Fragen. Ja, der steht hier rum zur Belustigung. Er liegt. Ja, der steht hier rum. Und dann spielt man immer mit. Er wird den Döner nicht ausgelistet. Aber bitte nicht hier. Ja, ich bin nicht. Kannst du noch was sein? Oh, nee, danke. Erstmal nicht. Aber später bespielen. Danke. Tschau, tschau. Was sagen wir jetzt zur Grappie-Szene? Sehr cool, sehr, sehr cool. Anna, alles klar? Ich muss lernen, nein zu sagen. Hey, hast du es jetzt geängst oder was? Es trinkt noch ein bisschen mehr bis hinterher zu stehen. Das war echt viel ja. Dann haben wir alle geängst, oder? Das war ja normal so. Es geht gleich vorbei. In 3, 2, 1. Jetzt. Ja, ja, ist alles top. Und was war jetzt die Frage? Was war jetzt die Frage? Wie ist das? Kennt ihr was? Banksy, Graffiti-Szene, Graffi-Szene. Kennt ihr Banksy und Hip-Hop? Stimmt, er hat echt Graffi-Szene. Die Graffi-Szene. Die Graffi-Szene. Übrigens lachen ich gerade aus, weil das war nicht schön. Die lachen mit dir. Ja, er lacht bestimmt gerade. Das ist immer problematisch. Dein Bildo hört man immer sehr an der Aufnahme, wenn du da so rumdonnerst. Oh, entschuldigung. Ist das schlimm. Sag mir das erste Mal Feedback. Kann ich machen, was er will. Ja, muss ich erstmal den Bildo gewinnen. Ja, schau doch gleich. Ey, du bist aus dem Bild. Seh mich nicht gut. Schraffi-Szene. Jetzt mach doch mal weiter, ey. Was sagen wir denn zu Graffi-Szene? Ja, was sagen wir denn zu Graffi-Szene? Keine Ahnung, es ist scheißegal, Alter. So. Was interessieren denn dir die Fragen? Ich hätte es jetzt auch nicht so formuliert, aber ich chill auch manchmal mit so in der Szene rum. Aber machen, ich mach auf jeden Fall mega... Ich hab Respekt vor den Leuten auf jeden Fall, es gibt richtig krasse Kids. Ich hab auch nicht gegen die Leute, die einfach nur rumschmieren und so. Und was hier, Bombing und so was. Das ist mir auch weiss egal. Das ist mir auch weiss egal. Ich glaub ich nicht mein Auto. Das ist ein Trecker, Alter. Wir haben was, wenn ich mal deinen Haus erwischt. Dann musst du sie umlegen. Das sind ja dann wirklich so meistens Kids oder so. Also die Leute, die das wirklich so als eine Leidenschaft machen. Die. Full Respekt. Okay. Kommen wir zum nächsten. Ja. BM-Hunter-Videos. Ganz kurz, warum haben wir den Laptop? Dann können wir den Akku noch saben, oder? Achso. Ja, wir lesen halt hier. Wir lesen es gleich. Die langen Fragen sind hier auf jeden Fall. Mach doch das zu. Dann sag einfach... Sag einfach, wenn eine lange Frage kommt, lesen sie halt zu. Dann sehen wir noch nichts. Das ist jetzt richtig so zu lassen. Das war schon aus. Der war schon aus. Der war schon aus. Ja, er sagt... Was machst du denn? Auf jeden Fall. Sagt besagter Account, das Video war schon okay. Nur das Dildo ins Gesicht drücken ist ein bisschen assi. Den hab ich drin gelassen auf jeden Fall, weil ich sagen würde, in dem ganzen Video drücken wir niemanden den Dildo ins Gesicht. Also ins Gesicht halten. Oder vor's Gesicht. In welchem Video? In welchem Video? Gamescom Video. Das stimmt. Ins Gesicht drücken. Ich demonstriere das mal kurz. Das ist ins Gesicht drücken. Das kann mich gar nicht werben. Die Haarspalterei ist scheißegal. Es geht darum, dass die Leute zu ihm gekommen sind und das Foto rollten. Einer kam an und hat gesagt, ey nimmert den Dildo und fick mich in den Arsch. Das sagt doch alles oder nicht? Wurde das gemacht oder nicht? Jeder der einen ordentlichen Mensch verstanden hat, wenn jemand so ein Dildo auf sich zukommen sieht und den nicht bei sich haben will, dann geht der doch weg. Wir sind ja nicht alle dumm. Wir dürfen die Leute in dem Video nicht immer so minder bemühtet darstellen. Die wissen doch ganz genau, dass wenn die einen Dildo nicht haben, dann können die einfach weggehen. Aber Frauen mit so wenig Selbstbewusstsein und Herzklatplätze müssen dann stehen bleiben. Das sind die Schlimmes. Die sind dann ganz perfekt und machen dann bei Julien mit. Ja, du scheiß Exist. Ich dachte, das war immer ganz cool. Ey, Icarus Facts. Wow, endlich mal richtig coole Gäste. Ja, heute auch wieder übrigens. Woff. Was? Woff, endlich. Woff. Ich hätte jetzt mal eine Frage. Wie kommt ihr auf eure Rollen? Kommt ihr da spontan drauf oder setzt ihr euch zusammen und denkt die euch aus? Wie oft hat er denn Anführungsstriche gemacht? Ja, wir setzen uns dann immer hier an den Tisch und sagen so, hm. Wie jetzt? Was machen wir für Rollen? Also über mich wird meistens bestimmt. Verfügt. Über dich nicht wehren kann. Ja, ich bin immer so perplex sofort. Nein, aber Robert ist zum Beispiel. Ich spielte an seine Duna. Robert ist doch prädestiniert als Hitman zu agieren. Prädestiniert? Prädestiniert. Äh, Palästina. Prädestiniert. Bombenanschlag. Deponiert. Deponiert. Ich deponiert euch. Ich deponiert euch. Ihr merkt schon, heute ist eine echt seriöse Runde. Oh man, nein, da ist noch was drin. Ja, ich hab bei Titi schon von der ganzen Weide deponiert. Also auf jeden Fall eher spontane Sachen und zu wem es optisch am besten passt zu mir als Trevor, weil ich ansetzen und Haarverlust habe und so. Nicht nur den Ansätzen, meinst du? Mit 30 hat Robben Glatze. Du hast jetzt schon Glatze. Aber ich hab's freiwillig. Alles klar. Alle weil er reich ist und ich halt weil ich schwarz bin. Und ich weil ich eine Nutte bin. Und Anna weil es eine Nutte ist. Und ich weil ich cool bin. Aber David hat gesagt, es gibt keine bessere Nutte als Anna. So, jetzt kommt ein langer Kommentar von Gummibär. Ach, hier hat der Gummibär. Schön, deswegen scheiße ich jetzt auf. Ja, liest am besten erstmal, ich mach das mal wieder klar. Mach das mal wieder klar. Sonst kann ich auch lesen. Hier, geh mal rüber. Du machst das echt nicht richtig. Fuck. Fuck. Meine Fragen haben es nicht in sicho geschafft. Also nochmal. Auf jeden Fall, Robby, ich freue mich schon auf dein shitty Tutorial. Ja, das kann noch dauern, also chill mal. Hat er vielleicht Robby gesagt? Ja, hat er. Wann lädst du überhaupt nochmal was auf deinem Kanal Videos hoch? Ja, wenn ich Bock hab. Mal gucken, Mann. Ich verdumme schon langsam. Aber sicher, wie man an meinen Kommentaren sieht. Ich brauche echt noch mal einen Denkanstoß. Ich kürze dir auch selbst alle Schochen. Du kannst bei deinem Bruder machen. Ja, alles klar. Ja, ich auch. Aber dann ist rein. Aber dann ist rein. Okay, die Welle auf 3773. 3 Stunden ist 1. Warum habt ihr alle weiße Sachen ein? Wie soll ich denn hier dann kotzen im Notfall? Das ist total scheiße. 3 Stunden. Robby, hast du jetzt hier die Fragen? Wird immer besser. Ja, wollte ich sagen. 3 Stunden soll es nicht mehr gehen. Hoffentlich. Das ist echt ein bisschen zu krass mit Rändern und Hochladen. Für deinen scheiß PC. Für deinen scheiß PC. Fack Ninja... Ich klatsche gleich meinen Duller an. Ja, Fack Ninja Cat. Wir wissen, ob ihr auch was zu Watch Dogs macht. Ja, würde dich auch mal jetzt mal interessieren. Dazu wollte ich sagen, wir haben einen Cosplayer herangekriegt, der meinte, er hätte Bock uns ein Watch Dogs Cosplay zu machen. Und wenn wir das haben, dann... Ja... Dann... 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 Ich hab den schon mal gespielt in einem Video. Zechi HD. Anna ist so hübsch geworden. Das heißt, er ist geworden, du Arsch. Genau, geworden. Du Arsch! Vielleicht kennt er sie noch von früher oder so. Da war ich jetzt... Stimmt. Samy, Junge. Kennst auch Kayayana, Junge. Du Arsch. Du Arsch. Ist alles okay? Und jetzt die nächsten Fragen? Die nächsten Kommentar? Alles gut, willst du einen Wasserhaben? Ja. Keine Ahnung, ob ich zwei Stunden sitzen soll. Mein, das war echt bequem heute. Willst du einen Wasserhaben? Ähm, ich hab... Guck da mal rein. Dieser Gentleman ey. Der will nur seinen... Der will nur seinen... Der will nur seinen... Der will nur seinen... Der will nur seinen schwarzen Ei irgendwo. Oh mein Gott. Das wenn dann ein Schokobraun. Nein, das ist wegen... Schau. Okay, Markus Sack, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das Mädchen ist am männlichsten. Sie trinkt viel, raucht und macht viele Gespräche. Ne, das ist jetzt echt sexistisch. Find ich auch jetzt echt. Ja. Ich hab... Ich hab... Penis oder was? Ja. Ähm, Assassin's Confidence. Das ist die geilste Frage von allen eigentlich, oder? Hab mal eine Frage. Wer ist kaputter? Robin oder Kalla? Ohhhh. Wie definiert er denn kaputt? Ja, das ist echt... Also Kalla... Ich will es jetzt nicht sagen, das ist echt tabu, aber Kalla hat echt einen krassen Bastard-Move gerissen vorgestern. Und ich würde das schon als sehr kaputt bezeichnen. Aber den kannst du ihm nicht bringen. Ja, den erzählen wir... Ja, den erzählen wir ja auch nicht. Können wir später nochmal erzählen. Was doch... Bring den doch jetzt! Den erzählen wir mir in die Kamera... Also was heißt also kaputt? Also... Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub für die... Was ist das mein Schatz? Ich glaub für die... Für den 0815-Bürger-Menschen da draußen ist Robin kaputter. Wir können hier ja abstimmen einfach. So kaputt und kaputt... Also von den Gelenken her ist Robin kaputt. Also diese Trevor-Richtung. Was? Robin macht auf jeden Fall mehr Parkour als ich. Von den Gelenken her ist er auf jeden Fall kaputter. Ne, so in die Trevor-Richtung kaputt bin ich dann wahrscheinlich eher. Na, wollen wir nicht einfach abstimmen? Ich stimme für Kalla. Ich stimme auch für Kalla. Wer stimmt für Robin? Ich bin Kalla. Nein, wer stimmt für Robin ist jetzt die Frage. Für die Gesellschaft ist, glaub ich, Robin kaputter. Ey, was nur zwei für Robin? Wer ist für Kalle? Drei. Kalle ist das jetzt. Vier. Auf jeden Fall voll das äh... Was von da? Ist das äh... Verrückt? Kalle hat voll den Wandel durchgemacht. Er war nämlich voll der Schlicht da nur zurückhalten. Ey, kannst mir mal ein Impossible beibringen. Und jetzt gucken wir euch an, ey. Und dann ist er abgestürzt. Dann hat er Robin getroffen und er abgestürzt. War die schlechte Einzis. Damals hat er Oldschool-Hardcore gehört. Und jetzt, heute. Ja, Hip-Hop. Und Leute, die Oldschool-Hardcore gehen, hören und sich auf Live-Konzerten, die rüber einhorn und mors spielen, die sind auf jeden Fall nicht kaputt, ne? Gar nicht. Da war ich ja 14 oder so. Auf jeden Fall der Punkt ist, glaub ich, als ich mit der Schauspielerei angefangen hab, da hat das so angefangen. Da bist du kaputt gegangen. Da bist du kaputt gegangen. Ich war bei Kika. 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 Da haben sie selbst vertraut. Da haben sie sich gefickt richtig. Bei Kika. Ja, bei Kika, so einer seiner ersten Filme, sag ich auch immer wieder gerne, da sieht man Schlüppi von der einen. Das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Welcher? Von so einem kleinen Kind. Das haben die nicht rausgeschnitten. Am 20. September kommt eine ganz, ganz neue Folge, da spiel ich voll den krassen Player Boy, Alter. Ey, ich hab noch nie so eine krasse offensichtliche 0815 Werbung gemacht, oder? Ey, guckt auf jeden Fall Kika am 20. September. Kika am 20... Ja, so Uhrzeit. Uhrzeit. Guckt den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Lasst einfach laufen. 19.20 Uhr oder so. Primetime auf jeden Fall. Primetime. 19.20. Schade, dass letzte Tage keiner mehr Fernsehen schaut. Kika, Kika geht ja nur bis zum Morgen. Das ist eigentlich der Schluss, ne? Ja, bin bei Fresh. Bist du da das Brot oder was? Alter. Da spiel ich den krassen Player. Ich fand das Gamescom mit saugeil, sagt ZGHD. Saugeil. Vielleicht hättet ihr weniger Hate gekriegt, hättet ihr anstatt Anna, äh andersrum, statt mir quasi Anna durch die Messe gedenkt. Das haben wir schon oft uns gedacht. Ja. Aber Anna war ja leider zu voll, um mitzukommen. Du musst da arbeiten, Alter. Ja, aber du hast es auf jeden Fall richtig erkannt. Das ist absolut... Absolut. Also ich kann mich auch... Aber das haben wir jetzt schon... Machen wir das von Friedrich. Bumcrease, wie dolle wirst du dich auf GTA 5 freuen? Lies mal richtig vor jetzt, bitte. Wie krass dolle... Sag Bumcrease. Wie krass dolle wirst du dich auf GTA 5 freuen und wirst du viel Zeit reinstecken und deine Freundin Anna reinstecken... Nee, warte. In Klammer. Der Anna-Taker. Erstmal für zwei Wochen erstmal nicht beachten. Deshalb. Das war jetzt das, was Steven gesagt hast, oder was? Frech, Alter. Ja. Friedrich ist noch nicht so alt, aber... Der Robin wird ganz viel Zeit in GTA 5 und statt um die Anna stecken. Der Zeit. Ja, Kalle. Kalle. Dullahan. Nur Zeit. Ja, er sagte Zeit. Ich nenne meinen Penis nicht Zeit, sondern Dullahan. Dullahan. Nein, äh... Willi. Ich holte GTA aus dem Saturn mit. Ja. Was ist denn da? Und dafür musst du Annas Fernseher mal zu uns fahren, weil nämlich am ersten Tag, wenn GTA 5 rauskommt... Anna! Hör auf! Am ersten Tag, wenn GTA 5 rauskommt, da zockt wir den ganzen Tag nämlich. Mit zwei großen Fernsehern. Wenn du da noch da bist. Nein, eben nicht. Ja, warte mal. Wann gehst du wieder? Im Oktober. Gummibar 72. Gummibar 72. Aber da fällt mir noch ein Film ein, der Itchy the Killer heißt. Ich meine, Robby kennt... Robby! Kennt du nicht Robby genannt? Ich meine, Robin kennt den und hat schon mit Null-Ticken-Null über den gesprochen, bin mir aber ziemlich unsicher. Kennt ihr diesen Film? Und was haltet ihr von dem? Ich kenn ihn nicht. Itchy the Killer, das ist der Typ, der läuft auf Schlittschuhen rum und zerspaltet die Leute mit einem Film zu hören. Ich glaub, das ist der. Der ist echt krass, aber der ist halt total übertrieben. Deswegen konnte ich den nicht so ernst nehmen. Der schockt da nicht so, weil der halt genau wie Tokyo Gopolis total übertrieben ist. Jo. Aber ich guck ja gerne so Schocker-Filme. Letzte Folge hab ich noch gesagt Irreversible und August Underground. Oho! Ne, das ist... Alter, Melis! Melis Bazaar! Melis Bazaar! Das mit den Maggi-Würzen hat mich erinnert, als ich die Pommes bei mir für euch würzen wollte. Immer die Pommes. Habe ich da fast Maggi drauf gemacht. Ups. Also die Pommes leben ewig. Melis ist echt richtig cool. Melis ist cool, weil bei Melis haben wir gepennt als wir in Köln waren. Ja und ich war auch nicht nur in Hessen. Und Robin und Herr Rodis haben schwul gekuschelt. Wie immer mit dem scheiß Knie. Ganz wichtig, Linda. Linda ist auch ganz cool. Ja, Linda ist auch ganz cool. Die nächsten zwei Kommentare habe ich drin gelassen. Wie ist Linda? Du hast gesagt Linda. Ja, Linda. Ganz cool. Die nächsten zwei Kommentare habe ich drin gelassen. Da waren noch mehr von der Sorte. Aber das war dann... Kalle! Too much! Kalle! Er hatte nichts Neuer von euch. Ganz klar. War er nie absam, deswegen. Nein, da kamen nämlich übelst viele... Kalle ist so heiß Dinger, die musste ich leider zensieren. Das wurde zu viel. Das hätte den Rahmen hier gesprengt. Kalle heißt Stefan Tetschers oder? Ja, Kalle ist heiß. Ich habe ihn schon. Ja, dann darf man sich eigentlich nicht in die Nähe setzen. Ich glaube wirklich, dass Anna gerade kutzt. Also... Ach ne, das ist ja Ordnung. Da kommen sie kommen. Ne, sie kommt schon wieder. Das war zu schnell von kurzem. Alex Wayne. Haha, alle voll desinteressiert als Heinrich. Ja, das war Heinrich. Über League of Legends spricht. Ja, weil es uns halt nicht interessiert. Also geht's dir gut? Hat jemand von euch das Buch Feuchtgebiete von Charlotte Roche? Ich hab's gelesen mit Charlotte Roche. 15 hab ich's gelesen. Charlotte Roche. Das war auf jeden Fall eine sehr sympathische Frau. Zumindest von... Was man so im Fernsehen sieht, finde ich. Aber... Lesen ist sowieso nicht so mein... Fachgebiete. Ich glaube, die gute Charlotte wird in unserer Gamescom-Video auch richtig scheiße finden. Das stimmt. Ich glaube, die ist auch voll die Filmliste gewesen. Das kann sein, ja. Ich gucke sie auf jeden Fall den Film an, aber... Ich kenne ihn nicht so gut, aber die hat sich zum Beispiel voll dafür eingesetzt, dass Frauen noch Achselbehaarungen im Fernsehen haben, weil die hatte irgendwie Achselhaare und dann wurde sie voll gehatet, weil sie das gezeigt hat. Und... Baaah ey! Ich hatte auch so ne... Ich hatte auch ganz lange so ne Zahnlücke getragen. Also... Getragen?! Das ist voll lieb, ey! Ich wollte sonst mal ne Zahnlücke! Nein, das ist was. Sie hat eine relativ lange Zeit halt ne Zahnlücke gehabt und hat die auch öffentlich präsentiert und so und... Guck's mal, guck mal! Ja! Sie hat sie nicht... Sie hat sie nicht... Okay, ich sag's noch mal, ich sag's noch mal. Sie hat's nicht, wie es wahrscheinlich viele andere gemacht hätten, retuschiert irgendwie mit irgendeiner Prothese oder so und was und deswegen... Ähm... Ich würde sagen, das ist auch so genau. Nächste Frage! Sie haben da hinten! Hat's auch so mehr jemand gelesen? Sag mal, ihr zwei seid irgendwie enger zusammengerutscht, damit ich das Gefühl bin. Ey, ich hab das als Hörbuch mir angehört und ich fand's jetzt nicht so erschreckend. Ich fand's eher belustigend, aber... Ja... 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 Ich sag's, ich sei billig. Ähm... Ja... Gummibar ist auch gut. Kalle, Bein kaputt, alles kaputt. Daniel, er kann jetzt nicht mehr laufen. Und Peter... Das ist jetzt einer von uns! Ich feier dich! Peter ist auch echt cool von Gummibar. Ja, das haben auch viele geschrieben, aber musste ich leider ein paar zensieren. Also... Ausnehmen. Weil's einfach zu viel wurde, aber es haben übelst viele geschrieben. Ja, Peter übelst der behinderte Typ. Haben die wirklich geschrieben? Nein! Ja... Peter übelst geil, dass er so damit umgeht und so. So... Ja... ABD... Ja, der Behinderter aus dem letzten. Und du bist der Behinderter aus dem letzten. Der... Spezieller Mensch hat er gesagt. Genau, genau, genau. Entschuldigung. So... Möckt ihr eigentlich Pokémon? Natürlich! ABDFWRDLD Aber, aber ich fand echt nur... Ohne Spaß... Also es ist so ein Klischee, dass man sagt, jo, ab den ersten... Ab der ersten Staffel quasi... Ab den ersten 150 Pokémon wurde es dann scheiße, aber es ist wirklich so. Ich habe auch Diamant und Perl sehr gerne gespielt, noch auf dem DS. Hast du auch Gurkengrünen gespielt? Na Gurkengrünen. Das wird das neue Pokémon. Natur, Sekt und Grünen. Das neue ist das kreative Exo-Zilo. Ich wollte sagen Kadu-Pops. Ja, es gibt so ein paar Wörter, da kriegt man die Nummer zum Lachen. Ich habe das jahrelang nicht hingekriegt, den Namen aussprechen. Das ist von Kabutos. Der heißt doch nicht, der heißt doch Tops, oder? Kabutops. Nein. Ich habe halt immer Kart-2-Pops oder so. Ich weiß es nicht mehr. Also das erste heißt Kabuto, da bin ich mir ziemlich sicher. Also Kabuto, ja. Diese komische Muschel da. Ich weiß nicht. Muschel? Das war eher so ein Streitzeck-Käfer. Keine Ahnung. Ja, scheiß drauf. Der fragt übrigens immer noch, was haltet ihr von Alligator und den Skarbugs. Wenn ihr Ali noch nicht kennt, das ist nicht schlecht. Also wenn er die Skarbugs meint, die hat er falsch geschrieben. Die haben wir schon öfter in unseren Videos verwendet, weil wir die Erlaubnis haben, die Mogels zu usen. Und ja, sag doch mal was zu Alligator. Fick ihn doch. Hab ich noch nie gehört, Alter. Spaß, oder? Ja, ja gut, kann ja A, B, C, D, E, F, G, U hat nicht wissen hier, dass du scheiße bist. Ja. Also ja, also kennen wir. Also ja, also ja. Fick ihn doch so ein sehr cooler Track auf jeden Fall. Einer mit der besten auf den neuen Album. Um die Überleitung zu bringen, cooler Kommentar ist der nächste, der ist mir nämlich zu lang. Ja, das ist wieder was mit Peter. Ja. Aber es würde jetzt zu viel Zeit hinabkommen. Ach, du willst den einfach durchpressen. Weiß ich nicht. Warte mal hier, lass ihn. Ja, machst du das Zeit her. Ich will das nicht vorlesen, das ist zu lange. Das geht, aber mal kurz. Stift. Ach, ja. Ja. Scheiße. Stift. Ja. Da drüben, was jetzt los ist hier? Ja. Stift X King Crazy. Okay. Ja, das ist halt wieder ein Statement zu Peter. Yo, ich fand ihn echt klasse. Lass dich nicht einheißen. Sollten jemanden gesehen, der so oft mit seiner Behinderung umgeht und sich selber darüber lustig macht, wenn man so will. Und auch Respekt an euch, dass ihr so cool mit ihm umgegangen seid. Es sei denn, in heutigen Selbsthaft, nicht selbstverständlich, es müsste sauer sein eigentlich. Yo. Freundliche Grüße, Timo. Ähm, yo. Ja, je nachdem. Ja, den hat es... drin gelassen als Stellvertreter für die ganzen anderen Kommentare, die dahin gehen. Es gibt wirklich einen Unterschied, ob man jetzt behindert wird oder ob man schon immer behindert ist, wie man damit umgeht. Wie gehst du mit deiner Behinderung um? Meinst du jetzt mein Dauerstimmenbuch oder was? Oder seinen besonders langen Penis? Das war Nomash grüßen, Alter. Den haben wir, glaube ich, schon am Anfang gewusst. Nomash ist ein guter Mann. Nomash ist ein guter Mann. Der habe ich, glaube ich, schon am Anfang gesagt. Erstmal Dr. J. da auf jeden Fall drin und du hast letztens unter einem bestimmten Video einen richtig witzigen Kommentar geschrieben. Ah ja, stimmt. Der war auch lustig. Der war echt cool, ja. Ja, hab ich auch gelesen. Das ist ja geil, auf jeden Fall. Dann lies dir mal vor. Der Opa von Freundetmoglöbe. Das wird jetzt Experiment. Versuch das mal vorzulesen auf diesem Handy. Oh, ist das krüppelig. Das ist ein krüppelig bei dir, man. Oh, wirklich, ich kotze bei dir. Der Opa von einem Freund von mir hat, glaube ich, die... Gib mal noch ein bisschen Frau Marsch. ... gleiche Behinderung wie Peter. Nur noch schlimmer. Nur noch schlimmer, also hab ich... So ein Übung. Wir wollen die Feedbacks nicht mehr so lange machen. 75C und der Gesundheitsbewusstse Schrank. Mit der Weisereigen. Weil irgendwas Gesundheit... Ja, weil du am Pumpen bist. Ach so. Ich habe einen Serbian-Film auch neulich gesehen. Wir haben einen Film recht gut. Ab und zu muss ich zwar mit offenem Mund... ... den Kopf... ... wahrscheinlich schütteln. Aber warum schreibt der C? Da musst du raten. Ich habe nicht verstanden, welchen Film... Von was? Ein Serbian-Film, wo das Kind gerapet wird. Das soll ich sagen. Das ist das Ende, oder was? Nee. Oder die... Ey, wir spoilern jetzt mal. Beim Ende wird auf jeden Fall ein Phallus in eine Augenhöhle eingeführt. Alter! Ja. Die sucht jetzt hier ein Buch. Ja, aber wir spoilern nicht. Ja, aber was hat er jetzt überhaupt gesagt? Ich bin nicht verstanden. Ja, das geht nicht. Die lese ich vorher. War das der, der gefragt hat, warum der gut ist? Ich habe nur gesagt, dass der hochwertig produziert ist. Ja, ich habe nur gesagt. Ähm, ja. Alex Wayne. Kalle, du bist voll heiß. Kalle ist zu sexy. Sagt der nächste. Hallo, das sagt Meli. Kalle ist voll so sexy. Keine Ahnung. Also Alex Wayne. Alex Wayne. Also mit dem geht was Kalle, oder? Alex Wayne. Auf jeden Fall. Da hat irgendeiner ab irgendwo anders irgendwo unter den Kommentaren geschrieben. In deinem, äh, dein Profilbild sieht so aus. Hättest du die Maser in der Film. Alter, Kalle jetzt gibt's auch Schmaul. So, Kalle jetzt. Ha! Ha! Ja, das ist Buki. Tag. Kommt da rein. Äh, das ist die Menschen. Servus. Das ist hier ein Gast. Wie geht's noch? Letzte Ab... Äh, Kalle ist eine Frage an dich. Gut überspringen sie. So, Nommas schreibt nochmal was. Was geht ab, Alter? Nommasch? Und apropos schlechte Sketches. Hört euch mal das Lied Kein Plan von EcoFresh an. Lest die Kommentare und sagt mir bitte, dass ich nicht der Einzige bin, dem diese Wortspiele etwa in der sechsten Klasse nach dem künftzigsten Mal zum Hals rausfingen. Und mal was zu Rammstein. Mein Vater ist fest davon überzeugt, dass alles... Das ist alles Nazis. Dass das alles Nazis sind und nur Penner und Säufer, die die Musik anhören, bestimmt. Zum Beispiel gegen diese. Mein Vater ist überzeugt, dass es etwa gleich erfolgreich wie Hitler ist. Ja, Mann. Was? Wie hättet ihr die Musik mal abgesehen vom Genre? Genre. Ein geiler Typ. War das wieder ein Mommasch? Ja, ein Mommasch. Ein geiler Typ. Genau, ich fand die alten Rammschaliner besser. Weiß nicht, die neuen find ich immer so bombe. Die ganzen neuen kenn ich gerade. Doch, die haben mal dieses eine Album, wo die als Beach Boys unterwegs waren. Das hab ich noch gesehen. Mein Vater. Und kein Feuer. Ja, genau. Das ist doch Feuer. Alter, ich bist doch gemein. Ich wollte nicht nur deinen Rucksack, kann doch nicht gehen. Weiß ich es nicht. Hier hab ich abgesondert. Bleib doch hier. Lass doch keiner anholen. Gehst du jetzt heim? Ich brauche jetzt hier. Da hab ich eigentlich so einen Zufall. Du bist so voll. Da hab ich dann hier wieder die Kommentare am Gesicht. Ja, Rammstein kann ich mir auch ab und zu mal anhören, aber so auf Dauer ist mir das auf jeden Fall nichts. Ist ganz cool. Das ist der zu links, ne? Die Texte auch. Ist mir nicht rechts genug da. Du, was läuft denn der nicht aus? Ich will irgendjemand mein Bier trinken. Ich find das ja nicht. Ich muss noch meins trinken. Was? So, ja, die Frage von Talle. Alligator, Triebwerke. Talle, findest du Triebwerke gut? Triebwerke ist gut. Buki sagt Triebwerke ist gut. Er ist auf jeden Fall, ich finde, Nachschlaftabletten Rotwein 2 auf jeden Fall das beste, was Alligator hier irgendwie produziert hat. Okay, du kannst wieder gehen. Hau ab, Alter. Und so auf jeden Fall totaler Quatsch, dass die mehr Leute, die ganzen neuen Fans, die da dazukommen, so, oder, ne, die ganzen alten Fans, die dann zu den neuen Fans, die da dazukommen, sagen, das wird schlechter, oder bla bla bla, also, das ist auf jeden Fall alles Quatsch. Der hat den Erfolg verdient, oder was weiß ich, oder was weiß ich, deine Mutter. Yo, Action Movies bei Mika. Wie findet ihr Gras in Klammern und Marioana? Oder andere härtere Trugen? Oh, ich finde das voll blöd. Hat man schon mal ähnliche Fragen. Wie steht das? Hab ich schon mal von der Party erzählt, auf der ich war? Ach so, ja, erzähl mal davon. Erzähl mal, wo ich auf ne Party eingeladen war und dann lief die ganze Zeit nur diese Kiffermucke und die saß im Kreis und hab den Joint rumgereicht. Und ich dachte, boah, voll die Party. Und dann hab ich so gedacht, Mann, Gras ist eigentlich voll scheiße, erst recht, wenn man nicht mitmacht. Also, hast du da mitgemacht? Das ist eher besser, das ist eher besser, wenn man dann tippt, als ohne. Das Ende vom Lied ist, dass das Klass voll der Party-Downer ist. Genau, genau. Dass da nichts abgeht, sondern einfach nur, yo, wir chillen halt. Ja, aber chillen kannst du ja auch vor der Playstation oder so. Genau, wenn du bei dir mal eine Party auf einer Playstation zockt und alle gucken zu. Bei mir stinkt das Forts, Alter. Wenn dann, wenn dann, wenn dann stinkt es wegen ihm nach Forts. Hab ich das das letzte Mal schon erzählt, oder wo war das? Ne, Hobbit. Dass wir am Zocken sind, Anna, ich und Daniel sind am Zocken. Er lässt übelst eingehen und sagt dann zu Anna, Alter, hier stinkt es übelst. Mach mal das Fenster auf. Das war echt wie damit. Ich drene die Geschichte nach immer so, wie es am besten klingt. Wie es am besten stinkt. Kohlrabi, wegen dir ist Robin kein Kohlrabi. Ja, sein Fortschritt immer nach Kohlrabi. Aber wie meine Oma sagt, Kohlrabi. Also selbst wenn ich das abends mache und mir das Zeug schneide, findet das echt eklig. Also da hat es fast... So, Theo Osama. Ich habe seinen Erklärungskommentar leider nicht hier mit reingenommen. Er hat gesagt, es war japanisch sein Name. Er hat da nicht The Osama als Wortspiel machen wollen. Jo, er fragt, wie findet ihr One-on-One von Rocket Beans? Ah, was übelst lustig. Hab ich dir gezeigt. Hat er mir geschickt. Da dachte er so, Robin schickt mir wieder Scheiße. Und dann mit der Zeit, wo es echt ist, habe ich gedacht, das ist ja so ein Scheiße. Das ist witzig. Und mit diesem Typ mit den Haaren, dieser Mächtige mit dem Pferd. Wie ist der? Mit dem Mächtigen. Und wenn er irgendwas sagt, dann... War He-Man. He-Man. Das fand ich echt... Das fand ich nicht so lustig. Ja, He-Man war echt richtig klasse. Ich hab mir den Panzer-Themen abgereicht. Nein, du mach ich normale Freude. Ich bepisse mich jedes Mal vor Lachen und habe riesen Respekt vor Nils Bohmhoffs genialen Lügengeschichten und der bedingungslosen Ernsthaftigkeit, mit der er sie erzählt. Genau das habe ich ihm ja auch so gesagt. Nils Bohmhoff feiere ich ja auch schon ewig, seit IGA und so. Ja, der ist auf jeden Fall richtig, richtig geiler Typ. Nils Bohmhoff. Eddie natürlich auch, aber der Nils, ey, das ist echt ein Held. Der nächste Kommentar ist wieder übelst lang, der ist von Sean H.B. Michaels, auch Philipp B. Punkt genannt. Auf an Neues. Robin. Ich vernahm keine Antwort aus dem vorletzten Nostara-Feedback. Also Anna, die aussieht wie deine Mutter oder deine Mutter und die aussieht wie Anna von Sean. Das hat er doch gesagt. Ja, lass erstmal ein Stückchen weise, weil sonst wäre das zu viel. Ich habe gesagt, den Körper von Anna und zwar mit Beruhigungsmitteln. Die Frage war, die Frage war, du bist mit einer Person zusammen, ja? Ja. Mit Robin. Und die tauschen jetzt, nein, die tauschen jetzt deine Freundin und deine Mutter tauschen die Seelen quasi, ja? In deiner... Ja, das ist eine interessante Frage. Ja, das ist eine interessante Frage. In deiner Mutter steckt die Seele deiner eigentlichen Freundin und in deiner Freundin steckt die Seele deiner Mutter, ja? Und du musst mit einer von beiden schlafen, damit sie das Bekennung ist, damit sich das wieder zurückswitcht. Also, was machst du? Und ich sage... Ist doch meine Neue! Das ist das. Wir haben so lange überlegt und du hast die Lösung etwa nach zwei Sekunden. Es ist eigentlich, ich glaube, ich muss es die Ideale lösen. Die neue Mutter aus der neuen Freundin. Voll Spaß, ey. Ey, du hast so lange für die Lösung. Aber das kann ich verlassen, Alter. Weil mir kriegst du ja auch nicht mehr ein. Na, Alter. Es liegt ja auf der Hand. Alter! Es liegt ja auf der Hand, dass du Anna am Toilette... Was ist mein... Ich glaube, die Antwort wolltest du hören. Ich glaube, das wird endlich anfangen. Ja, jetzt muss der Anfang sein. Oh, fuck, ey. Es gibt alle hier, ey. Hallo, du bist genial. Er hat so lange überlegt und du hast einfach mal sofort die Antwort geschafft. Alter, wie alt er geht. Wie tut er noch? Robert hat schon voll die Kraft waren auf der Stunde voll lachter. Mein Fieke. So, nächste Frage. Na, ihr habt ja noch mehr Fragen. Ich wollte dir eigentlich gerade erklären, dass ich eigentlich den Körper von Anna betäuben würde. So, und dann geht's los. Die seht ihr denn noch? Also, seine Mutter ficken. Alter, der sich mitkriegt. Ja, aber seine Mutter weiß, das sind ja dann... Aber das wäre zumindest ich. Ich meine, dann sagt die irgendwann... Oh, ich will dir auch noch ein Brot schmieren. Was ist das? Hallo, bist du das gerade wie meine Mutter? Ich habe ja auch voll Tupperdosen mit... Ich hatte wenigstens noch Kuchen dabei. Ja, alle haben schon. Ich hatte immer Süßigkeiten und du hattest immer deine Butter drin. Aber alle haben Übelts geguckt und deine Brotbüchse aufgehebt. Ja, weil der war Übeltsge drin. Und immer diese... Nimm zwei Soft-Seite. Das ist Übeltsgeil. Und du, Flo, hattest du immer mit und grüne Äpfel. Und im Endeffekt gar nichts. Weil du alles immer weggeworfen hast. Alter, ich habe das nicht... Weil es alles immer weggefressen wurde von den anderen anderen. Ja, weil seine grünen Äpfel... Da ist ein kleiner Brot auf der... 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 Da ist immer geworfen. Ich mache ihn wieder mal prügeln, echt. Ja, kommen wir zur nächsten Frage, Kalle. Ansonsten, Kalle, wann werden wir uns in Stuttgart treffen? Meine niederen Trebe dürsten nach deinem großen Glied. Ich sehe nämlich sehr, dich zu umarmen. So richtig tight, Mann. Das ist Philipp B. Triffst dich mit ihm jetzt endlich mal? Ja, korrekt natürlich. Das Ding ist, er ist gerade nicht in Stuttgart. Der ist ja auch gar nicht im Bild. Das macht er schon auch demnächst, ne? Mussten wir nur privat anschrauben und dann klärst du das. Ach ja, was wäre provisorisch das beste Spiel in der siebten Generation für euch? Also, Playstation 3 und so. Das beste, was du in Goku war wild. So, Goku und hier, wie heißt das? Ist das ein Screen? Danke. Das ist ein Screen, das du bekommst. Danke, Mann. Das liegt am Kostüm. Er hat das Kostüm hat er gemacht. Das beste Spiel von Playstation 3 Generation. Also, ich beurteile nur Playstation 3, weil... Ja, stimmt. GTA 5? Duh. Weißt du noch gar nicht. Ja, aber... Fällst voll der Backschreiß, Adder. Fallout 3. Für Adder ist es definitiv Fallout 3, ja. Ich glaube, für mich ist es, glaube ich, wirklich Dragon's Dogma. Wer hat es mir geschenkt? Wer hat es mir geschenkt? Aber sonst, also... Also, GTA... Half-Life 2... Guck dir doch mal an, guck dir doch mal an. Half-Life 2 kommen wir da natürlich noch mit rein. Guck dir mal GTA 5 an, genau. Es liegt in der Zukunft. Es liegt im Dienstag. Das ist mein, mein... Also, nicht in meine Richtung. Nee, wenn Half-Life 2 da noch dazu zählt, dann Half-Life 2. Aber das ist ja eigentlich nicht so. Das wurde ja noch portiert auf der besten Reihe. Und Herodes, was ist aus deiner Generation? Es kam ja 2004 raus. Ach so, ist es Wii oder? Wii U? Welche Generation ist die Wii U? Die Wii U ist 8er. Ach so, die Wii U? Nee, das ist 7,5. Das ist 6,5. Das ist zurückgegangen. Nee, die ist toll. Nee, von der Wii ist es... Äh, Twilight Princess. Okay. Okay, und was haltet ihr von der Splinter-Serie? Zelda. Hab ich nur ganz kurz mal Demos gezockst, ist nicht so meins. Ich bin dann eher bei Metal Gear. Ich liebe Herodes, sagt er übrigens noch. Philipp B.? Ja, Philipp B. Er ist mit ganzen Namen. Ich kenne den Philipp B., aber das ist er nicht. Ach, das ist der mit dem... Ja, äh, Splinter-Serie habe ich damals ein bisschen gespielt, aber jetzt, heutzutage habe ich da nicht mehr weiter gespielt. Er schreibt doch einen Kommentar, der ist richtig schön. Ja, aber was hältst du jetzt von der... Ach nee. Ja, hab's doch gesagt. Jetzt baller mal raus. Du kannst ja auch ruhig was sagen, Robert. Na, seine Fresse. So, also den nächsten Kommentar, ja? Ja. Jo, wie würde eigentlich jeder von euch Anwesenden seine Scham-Messgrenze beschreiben? Da wo die Hose aufhört. Also sowohl von mentaler Ebene her als auch unterhalb des Äquators. So, was für eine Grenze? Die Scham-Grenze. Das hat er mich auch privat gefragt. Scham ist Grenze. Die Scham-Haar-Grenze. Das hat er mich auch privat gefragt. Ich habe noch keine richtige Antwort gegeben, weil... Alter, ich habe nur gesagt, dass auch dieses Fremdschämen, dass ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber das hat der Kalle letztes Mal schon gesagt. Und ja, Scham-Grenze... Also, keine Ahnung, oder? Ich habe theoretisch auch kein Problem damit, komplett nackt irgendwo rumzulaufen, so. Aber... Das will halt einfach keiner sehen. Nein. Das wäre echt ein feuchter Traum. Fürs Video wird es das klar machen, aber das Ding ist, dass es einfach total primitiv so ist. Und wir versuchen ja auch ein bisschen... Und außerdem kommt es auf YouTube dann eh nicht wegen nackt und so. Wegen auf YouTube kommt es dann eh nicht wegen nackt, komplett nackt und so. Das ist echt dumm. Und das haben auch schon so viele gemacht, dass es echt... Ich meine, jeder Flitzer im Stadion ist nackt. Aber Flitzer, die angezogen sind im Stadion, die sind auch geiler. Ja. Habt ihr noch irgendeine Schams-Grenzen-Definition? Ich würde... Ja, habe ich, aber... Das ist eine komplett andere Definition von Scham. Also, machen wir weiter. Ja, lass mal weiter. Ich würde gerne sagen, das ist eine komplett andere Definition von Scham. Nee, dann müsst ihr doch mal fragen, wenn ihr es wissen wollt. Ach, wieso wurde eigentlich das Games-Cock-Video gelöscht? Deine Antwort dazu war unzulänglich, zumindest nur, weil David weiterhin angewichst wurde. Scheißtruf, Mann. Er hatte es schon durchgestanden. Das sind eh nur Fotzenknechte. Yo. Da steht da echt Fotzenknechte? Ja, da steht Fotzenknechte. Was? Beim Robby-Sein-Kommentar? Was? Nee, Fotzenknechte. Ist das ein Penitent- Ja, nee, pass auf. Ich kann euch das erklären. Fotzenknechte ist in dieser Debatte um Sexmus... Sexmus? 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 Hey, Sexmus? Ich deponier dich. Ja, da ist das wie Sexistische Kackscheiß, ist das so ein bisschen so ein fester Terminus, mit dem um sich geschissen wird, ja, Fotzenknechte, aber das ist halt eine Beleidigung. Wieso wurde das jetzt gelöscht, Frank? Er hat das geschrieben, weil er das kurz vorher auf einer Seite gesehen hat, diesen Terminus. Oder vielleicht, weil es einfach nur lustig klingt. Ja, okay, wir unterstützen das nicht, ne? Das ist ein Berufsbild, was du uns den Mittelalter haben. Ja, äh, ja, Gamescom-Video wurde im Prinzip echt gelöscht, weil Giga die ganze Scheiße abgekommen hat und die hatten halt echt fast nichts damit zu tun und haben trotzdem den ganzen Scheiß abgekommen und das fand ich dann extrem kacke und habe das erst gemacht besprochen. Wird es denn je wieder hochgeladen werden? Mal sehen. Wenn da nur ein veränderter Version. Und wann ungefähr? Keine Ahnung. Alter, piss ihm doch mal nicht an Spice. Spacke von MCM an alles. MCM hat ein Shoutout geschrieben. An alle, ich mache das Rap-Battle weiter 2 in ja weiter und MCM Rap auch weiter. An alle, bitte. teilen, 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 LGM-CM. Okay. Okay. Mach mal. Mach mal. In zwei Jahren erst. Ist das blöd? Nein, ich weiß nicht, ob das in zwei Jahren. An alle machen das Rap-Battle weiter. Ja, na, ich lese einfach mal von Niklas Barz vor. Aber es kann sein. So, jetzt melde ich mich auch mal. Erstens mal fettes Props an Peter und Heinrich. Die kommen echt chillig rüber. Und vor allem Peters Einstellung ist mega. Macht ihn sehr sympathisch. Ich bin schon verstanden. An euch, ihr Dildo-Klatscher, was würdet ihr machen, wenn ihr eine Million Euro bekommen würdet? Es ist eine sehr interessante Frage, würde Stefan jetzt sagen. Es ist eine sehr interessante Frage. Ich bedanke mich für diese Frage. Ich sage, ich würde sie echt sparen und solange davon leben. Nur von hier an sparen ist wie du sie leben. Ich würde mir nichts Großes kaufen, will ich damit sagen. Von was nochmal? Eine Million Euro. Wenn du eine Million Euro hast. Du kriegst jetzt eine Million Euro, was machst du? Ja, sparen. Nee, investieren. Investieren in coole Sachen. So wie Daniel Kübelböck. Was hat der gemacht? Der hat irgendwie investiert in Solar-Dings oder so und ist jetzt dadurch Millionär geworden. Ach, ich würde mir was Cooles ausdenken und vielleicht dann mal, ich meine, wenn ich eine Million habe, kann ich in der Hälfte nehmen, irgendeine Scheiße investieren. Aber ich glaube, wenn du eine Million hast, habe ich immer noch eine halbe Million. Wenn es was wird, habe ich mehr. Aber wenn du eine Million anlegst. Du bist voll ein Fuchs, ey. Ich bin ausgefuchst. Also legst du eine Million an und kriegst dann immer ein Prozent Zinsen, zum Beispiel. Dann hast du da auch immer langweilig. Jetzt musst du das vorrechnen. Und jetzt rechne. Das ist nicht viel, aber das ist viel, aber das ist langweilig. Ja, aber davon kannst du jeden Monat leben. Ja, klar, aber langweilig. Und das ist das Jahrrechnung. Wenn ich 10.000, wenn ich arbeiten gehe, kann ich trotzdem auch einen Monat leben, weißt du? Ja, kannst du auch ohne das Geld leben. Also, ich denke, ich würde sagen, Geld ist nicht so richtig. Jetzt mach ich dann hier rum, wir trinken uns an unsere Hosen. Robert, was würdest du machen? Koks und Knutten. Rechnest du es gerade aus, oder was? Ja, ich rechne gerade aus. Das ist doch... Bist du blöde? Was rechnest du da? Nein, wir gehen jetzt mal von einem guten Zins. 15.000 durch 12. Guten Zinswert. Guten, guten Zins von anderthalb Prozent. Das ist realistisch, bei einer Million. Mein letztes Monat, 1.250 auf der Hand, nur Zinsen. Also du kannst gut leben. Aber Monat. Ein Monat, eins, zwei, zwei. Ich dachte, ja. Das ist schon aufs Jahr, auf einen Monat dann. Auf einen Monat. Und im Jahr 15.000. Und jetzt, glaube ich, jeder selbst ausrechnen. Ja. Dafür, dass du eine Million. Eine Million. Ah ja, gut. Ja, gut. Ja, oder halt einfach mal nach Japan gehen, dritten Video. Das würde ich natürlich... Bitches klieren. Robert, Robin würde überall hinfahren und würde dann Bitches klieren. Bitches klieren. Weil er muss sich jetzt eine neue suchen, weil er nicht mit Anna schlafen will in dem Körper, in der Seele seiner Mutter. Ja, schau. Einfach dann weiter in die Richtung. Kann ich das schon wieder vorlesen? Lies mal weiter, ja. Ja. Wir sind auch nicht so gut in der Zeit hier. Liable. Ich greif hier mal Robin unter die Arme und reiß mich selber in die Scheiße rein. Alter, ihr zwei Humus ist sehr furcht. Weil ich auf Kalles und Daniels Ironie eingehe. Aber egal. Das Argument von Pizza ist trocken, wenn kein Fleisch drauf ist, ist totaler Quatsch. Ich esse seit 15 Jahren Pizza ohne Fleisch und die war nie zu trocken. Doch. Lag es sich aber auch an vielen Käse. Probiert doch einfach mal, anstatt Ketchup flüssigen Käse drauf zu kippen. Wir kommen das Invalid. Ja, genau. Nee, Ketchup ist geiler. So der nächste. Arnon Wayne, was ist euer Lieblingsfilm? Ich sage eine Vielzahl von Filmen, zum Beispiel Rush Hour, finde ich ziemlich geil. Chinaboy 4. Und da weiß ich nur, wie du mir gesagt hast, Alter, ich nehme den komplett in den Mund. Das ist so geil. Ich wollte es eigentlich ernst verantworten. Chinaboy 4. Dann brauche ich das Orgasmus. Also wir können jetzt auch noch Komponente durchgehen. Ich fühle mich echt scheiße voran mit den Fragen. Schneewittchen doch ein Flittchen. Ja, okay. Also ich finde ein sehr geiler Filmshooter. Wie er so urplötzlich er seriös sein will. Dann werfe ich in den Raum. Riecht so richtig nach Mannhöl. Dann werfe ich. Ich weiße was. Ja, ja, so ein bisschen gemacht. Dann werfe ich in den Raum. 500 Days of Summer. Ich schon nach Mannhöl. Ja, 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 ja. Nein, das Hemd ist nicht gewaschen von gestern. Kassi, ich habe nicht mal Matrix Reloaded. Ich habe auch noch die Sack von gestern an. Finde ich besser als den ersten Teil. Ich habe einen Schlippi gewechselt. Können wir mal jetzt zum Thema bleiben und den Schlippi wechseln? Ich habe die ganze Zeit beantwortet. Danke, Hans, ich habe geschwitzt. Ja, der Ja-Saga ist auf jeden Fall auch ein cooler Film. Witz. Das ist doch echt geil. Boah, ist das ekelhaft. Ich schwitze auch in... Nein, ich weiß nicht. Das ist doch immer was. In... Was? David Sattler, iTunes Podcast. Wollt ihr jetzt mal euren Lieblingsfilmer sagen? Lieblingsfilmer? Du kannst ja nicht wirklich sagen, welchen du am liebsten kust. Ich habe ein paar aufgezählt jetzt, Leute. Ja, Saga ist schon ein cooler Film. Ich gucke nicht viele Filme. Ich weiß nicht. Ich komme einfach nicht dazu. Ich habe Gefahr. Deshalb habe ich keinen Lieblingsfilm-Moment. 300 fand ich auch ziemlich cool. Das war von der Männer-Pornik. Die Leute im Magazine. Das ist wirklich 300 Cent. Stand mit. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Die haben mich beschert. Habt ihr euch am Fläumchen gespielt. So. Ich mag Mary Poppins. Mary Poppins. Und ich mag... Was mag ich noch? Kung-Fu-Scheiße. Kung-Fu-Scheiße. Ja, alles von Jackie Chan. Komm-Fu-Scheiße. Es gibt so viele geile Filme, Alter. Es gibt so viele geile Filme. David Sattler, iTunes Podcast aus der Audiospur. Das wär's. Ja, mal gucken. Warum nicht? Das ist übelst einfach. Einfach extra hier in die Audio spielen. Ja. In Sonny Vegas. Dauert aber auch relativ lange, das zu rennen als M3. Ach nein, das dauert nicht so lange. Ja, nicht so lange, aber auch... Ach, halt die Fresse. ATN Retien. Kommt ihr auch mal nach Österreich, ist im Moment nicht geplant, aber wenn dann nach Wien... Da können wir mal die Beute suchen. Dann drehen wir den Zweck auf. Icarus Facts. Mit welchem Typen oder welchem Vibe würdet ihr gerne mal ein Bier trinken gehen, Anna? Egal ob real oder nicht real. Kleiner als drei. Mit wem würdest du einen saufen? Kleiner als drei. Die Person soll kleiner als drei sein, oder? Also jünger als drei, oder? Ich geh mal mit meinen. Es gibt so viele. Ich würde gerne, ja... Mit Kalle. Das ist nicht real. Nee, gestern hätte ich gerne mit Kalle gefeiert und getanzt und Kalle kam nicht. Und ich hab mich so drauf gefreut und Kalle ist halt ein Arschloch. Spast. Ja, Spast, Kalle. Danke. Ich hab mich so gefreut. Nee, mit Kalle würde ich gerne mal richtig in Kippen. So ein Spastart. Ja. Also ich würde gerne mal mit Shaggy-Chan Fenchel-Tee trinken. Na, Alter. Du trinkst gar kein Fenchel-Tee. Dass du sagst, das war übelst behindert. Was trinken die erst ja abend immer Mate oder sowas? Also ich würde mal mit The Rock würde ich mal schön fett Schnitzel essen gehen. Mit wem? Mit The Rock. Trink den fucking Rock, Jensen, Alter. Ann & Wayne fragt. Was möchtet ihr nicht Sachen machen, die andere schon mal gemacht haben? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Weil die andere Leute schon mal gemacht haben. Ja, das ist nicht original. Und er sagt, er bringt noch als Beispiel den Haarlem-Shake. Das ist aber was anderes, weil das ist ja eher eine Bewegung, bei denen viele mitmachen. Das ist was anderes als, hey, ich hab... Aber wieso, wieso wollt ihr denn... Wie sollte man denn zweimal das gleiche von verschiedenen Leuten sehen wollen? Ja, also manche Ideen sind natürlich an irgendwas angelehnt oder so, aber echt eins für eins was nachmachen ist einfach uncool. Mich streicht das, dass die Kamera immer nur mich fokussiert. Es erkennt nur dein Gesicht. Ja, es erkennt nur dein Gesicht. Unsere andere sind zwar auf Anschniggermodus. Au! Ja, wir müssen unseren Ruf rehabilitieren, deswegen... haben wir erst Behinderter hier drin gehabt und jetzt Schwarzer, obwohl er nicht mehr schwarz ist. Ja, ich bin viel dunkler. Ja, ich bin viel dunkler. Du bist so... Schokokrossi. Glaube ich nicht. Keine Mücke. Schokokrossi, der ist noch viel mehr als ein Schokokrossi. Das ist wie so ein weißes Ei und so ein braunes Ei, aber das ist nicht wirklich braun. Sie sind zwei Ei. Oh Gott, ey. Ich wohne nur noch einen Hupensack. Idiotensack. Kuben5 sagt, ich brauche einen Link zum Video von Mediarizing in Erfurt, in dem Kalle eine reingesammelt kriegt. Müsst du mal Robin raussuchen und dir schicken. Ja, wenn, dann findet das Kalle, also ich nicht. Ansonsten, wer von euch Testosteron-Monstern hat die meisten Arme ab? Testosteron? Also ich hab nicht viele. Testosteron. Ich sag Kalle. Ich sag Anna. Ich sag Anna. Okay. Dann Anna. Dann wohl Anna. Peter der Meter. Hey, mich würde mal interessieren, wie ihr zur PS Vita so, was ihr so sagt. Ja, coole Konsole, aber zu wenig Spiele. Ja, ist klar. Ich hab mal ein bisschen damit rumgespielt. Ist eigentlich ziemlich toll. Aber was soll man drauf spielen, wenn es nichts gibt. Dann haben wir mal Konsole rumgespielt. Ich hab das Spiel gespielt. Kennt ihr das? Da ist man so ein Ball, der alles... Ich hab das Spiel gespielt. Kennt ihr das? Da ist man so ein Chemie-Experiment, das alles aufsaugt. Irgendwie immer mehr Zeug aufsaugt und dann immer größer wird so ein Ball. Und am Ende muss man die ganze Welt aufsaugen und dann die ganze Sonne. Katamari. Also das war ein Schlaubsauger-Spiel. Nein, man ist ein Gummiball, der irgendwie alles aufsaugen kann. Ich hab gesagt, das hört mich schon, wenn ich mein Zimmer sauge. Ich hab's geträumt. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich hab's mir glatt, wie es geht. Aber wo spielt man das? Jetzt hast du mich geholfen. Oh, was war das? Hast du es kaputt gemacht? Also PS Vita ist eigentlich cool. Damit er jederzeit seine Glatze nachschäden kann. Das ist so toll. Ich bin immer dabei. Ich hatte schon, danke. Idiotenkiller. Nicht meine Wimpern. Das ist doch die Lüge. Da kann er. Das stürzt mich. Das stürzt den Ton, Robert. Idiotenkiller. Eine kleine Frage, die dich schon ein halbes Jahr beschäftigt. Was ist wichtiger dabei zu haben? Pfeffer oder Salz? Salz. Ich sag auch Salz. Weil Salz. Pfeffer. Als Würzung finde ich Chili besser, deswegen Salz. Als schärfe Würzung. So. Alles ohne Salz schmeckt scheiße und Pfeffer ist nur so neben. Du bist so inaktiv, Anna. Was mein Kanal sagt, Frage an Anna. Was für Bier trinkst du eigentlich immer am liebsten eher? Pilz, Weizen oder so Missbrauch? Egal. Hauptsache es ist Pfeffer. Genau. Hauptsache Pfeffer kostet das so. Ich mag Sternborg Export. Und wenn es nicht anders geht, dann trinke ich Eringsdorfer. Ne, das jetzt meins. Das trinke ich im Notfall. Du hast noch gar nichts getrunken. Aber sonst gerne Sternborg Export. Ich trinke schon. Ich bin schon dabei. Okay. Bagelboller. Was sagt ihr dazu jetzt, dass jeder YouTube wie ein Single Album macht und wie Schweiße für Scheiße rausbringe? Ja, das war alles. Ich verstehe nichts. Das ist der Grund, weshalb ich das auf meinem Kanal mache. Ja. Ich mache schlechte Musik. Ich habe euch auf der Game Show gesehen und gelabert eigentlich nur mit Robin. Ja, interessiert keinen Schwein so. Ich mache schlechte Musik, die gut ankommt. Sag doch nicht, dass dein schlecht ist. Mach dich doch nicht selbst. Wir haben ihn ja auf der Game Show getroffen, beziehungsweise ich. Coole Sache, so. Ich wollte dich nur mal anfassen und du musst auch von mir lassen. Warte, darf ich das mal bitte erwidern? Oh, es ist geil. Alter. Dass die ganzen YouTuber hier Musikvideos machen. Lass uns bitte Mädchen. Ich bin Frau. Das Ding ist, dass die alle mit Autotune arbeiten und so und eigentlich nicht singen können. Das ist halt ein bisschen bitter. Also ich würde es nicht verallgemein machen. Ich hätte gerne Autotune, das ist echt cool. Das ist halt ein bisschen bitter, dass nicht Leute in einem Schaf sind, die wirklich singen können. Aber ich meine, das ist ja auch nicht anders bei den ganzen anderen Heigos, die dann hier. Die ganzen Autotune-Lieder. Man schaue sich meinen Bruder Peter an. Das hast du letztens genannt. Er macht gute Musik. Ist das auch mein Bruder? Unser Bruder? Der macht gute Musik. Ich mache schlechte Musik mit Themen, die alle interessieren und komme viel besser damit an. Ja, Peter hängt monatelang an seinen Texten und an seiner Musik und kämpft dafür, grün zu werden. Und keiner kennt ihn. Und die kommt von hier. Und es kommt keinem. Wieso? Was habe ich damit zu tun? Ich erzähle gerade. Und der Herr Rodis hat fünf Minuten Langeweile und wird übelst berühmt. Das ist total ungerecht. Das ist übelst ungerecht. Das ist echt übelst du, wenn es den Casting-Couch hier ist. Was hat mit Miss Elm gesagt? In Deutschland musste entweder total asozial oder... Oder Stroh-Dorf sein. Oder Stroh-Dorf sein. Das ist nur geil, um berühmt zu werden. Ich bin ein bisschen überqualität. Ich bin geil, also. Ja, Kalle hat keinen Bock auf euch. Raul Sanchez Rodriguez Panama. Robin hat gesagt, dass Serbian Film gut gemacht ist. Ja, das habe ich jetzt erklärt. Mit welcher Begrünung? Er ist hochwertig produziert. Gute Kamera, guter Schnitt und so. Das meine ich damit. Es ist nicht so ein Assi-Film wie August Undershowend. Wir müssen das hier leider jetzt ein bisschen kürzer sein. Wir sind echt ganz schön langsam unterwegs. Aber wir sind gut dabei jetzt. Bei welchen sind denn wir? Grenzthemen. Ja, Kameratyp. Kameratyp. So, noch eine Frage. Wie steht ihr zu Achievements? Ich bin ja so eine richtige Achievements-Hure. Ha! Jetzt. Die in den... Was jetzt? Die in den Achievements aber zusätzliche Herausforderungen sieht. Die in den Dark Souls, Demon's Souls und die Dragon's Dog and Applatin verändern. Das schien ziemlich das Spielgefühl. Dazu muss man sagen, Robin war auch schon mal so eine Achievements-Hure. Ja. Weil er meinte, das wäre die virtuelle Schwanzlänge. Ja! Ja! Er hat sich dann seine virtuelle Schwanzlänge verlängert. Aber er hat auch gesagt, es gibt welche, die haben einen zu langen Penis. Das ist dann schon super fast. Wenn er zu lang ist. Bei Robin war er aber auch schon recht lang, muss man sagen. Und dick. Und dick natürlich, weil er sehr viel gesuchtet hat. Aber jetzt hat er damit angeblich aufgehört und macht es auf anderen Accounts. Ich finde... Aber wer lang hat es, kann lang baumeln lassen. Das ist der Vorteil. Ja, genau das ist es nämlich. Wenn es zu lang ist, ist es auch nicht gut. Wer haut da kaum. Tatsächlich war es bei GTA 4, wollte ich Platin holen. Und dann habe ich mir so überlegt, diese scheiß 200 Tauben. Und wenn du dann eine vergisst, musst du die ganze Liste nochmal abklappern. Dann ist mir erst mal klar geworden, wie sinnlos das 2. War das nicht auch mit Multiplayer Level 10 dann? Ja, das auch. Das wird man halt normalerweise nie machen. Glibre was? Glibre Licht, ja. Ja, also meine Meinung zu den Achievements bei Playstation, bekomme ich die halt einfach so. Aber ich jag die jetzt nicht unbedingt. Wow. Ja. Ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwie was aufgeflippt. Ja, du denkst halt immer irgendwann, dass du was Tolles geschafft hast. Ja, ja, genau, genau. Obwohl es hier da schon hat. Ja. Ja. Also ich freue mich jedes Mal, aber ich sammle die nicht. Was? Nami Steiner sagt Sex, Appeal, Coolness, Ausstrahlung. Ja, ja, das alles hat der Kalle. Was? Was habe ich gesagt? Sex, Appeal, Coolness und Ausstrahlung. Und ein süßes Lächeln. Ja, der ist noch Dekoration. Ja, ja. Sollten wir ihn dem ausleihen. Fünf Minuten. Ich stelle mir hier wieder Deko. So, KK1918. Der eine mit den Sprachschwierigkeiten macht mich so sehr traurig. Hoffentlich geht das wie durch ein Wunder wieder weg. Den habe ich reingenossiert wahrscheinlich. Warum auch Peter? Ja, der behinderte aus dem letzten Jahr. Peter aus dem letzten Jahr. Der macht das nicht sehr ehrlich. Den habe ich hier reingenommen um zu sagen. Sagt doch einfach der Peter. Ja, genau. Der Peter wurde aber so geboren und ich glaube deswegen ist es nicht so schlimm. Wenn du so geboren wirst, findest du es nicht anders gewohnt. Ja, wenn du damit klarkommst. Ja, der kommt ja damit klar. Na ja, dann. Ja, ist ja einfach nur Kult drauf. Aber wer halt so viel weg geht und der voll normal reden würde. Das wäre irgendwie mal eine interessante Erfahrung, wie das sein würde. Aber es geht natürlich nicht. Ja, vielleicht. Das kann ja irgendwie sein, oder? Vielleicht gibt es irgendwann was. Du studierst du nicht irgend so was? Ja, mach das mal. Kann das sein, wenn man ihm irgendwie auf die Wirbelsäule haut? Das kann ja nicht laufen, kacken und sonst was. Aber das kann sein. Das ist so. Ich weiß, warum Sami sowas studiert. Es wird nur die Bitches. Nein, nein. Nicht die Bitches. Du hast einfach irgendwann, weißt du, dass du so klick machst um ein Blatt der Kopf oder so. So wirklich so. So. Uh. Und mit dem Finger. Wenn ich Sami sehe, platzt mir denn mein kleiner Kopf auf jeden Fall. Das Kopfchen. Sehr kleiner Kopf. Kameratyp. Wenn euer Leben mal verfilmt wird. Wer? Wer? Vor allem mit E. Wer würde euch spielen? Und wer wäre der Regisseur? Robert Downing Jr.? Christopher Nolan? Bruce Lee? Das ist auf jeden Fall eine coole Frage. Ja. Wer würde das machen? Wenn Bruce Lee wäre, dann wäre das total langweilig, weil da nicht gekämpft wird und gar nicht. Und das wäre dann ein bisschen doof. Also so ein pseudo-philosophisches Gedöns von Bam Lee, das wäre ein bisschen mehr. Aber Bruce Willis könnte auf jeden Fall Robin spielen, weil der hat auch schon ziemliche Geheimratsecken. Ich hab ja gesagt nicht. Und wenn man sich selbst spielt und selbst zur Regie macht? Das wäre ja langweilig. Ich kenn die Regisseure leider halt nicht so. Weil du kennst ja dein Leben. Ach so. Mein Leben wird verfilmt von Wes Craven. In der Hauptrolle ist äh... Ja wer denn? Keine Ahnung. Wer ist Schwarzer? Äh... Jim Carrey zu seinen früheren Zeiten oder so. Keine Ahnung. So wie dich schon hat. So wie dich schon hat. Ich möchte wieder von... So wie dich schon. Äh... Samil wird bespielt von Radrashgudrabali. Radrashgudrabali Dingens. Wer? Das ist die, die irgendwie... Das ist ja übelst bekannt. Medi, ist das nicht die, die Carlos sexy fand? Nein. Das war Nami Schneider. Nein, da war auch neben vorne. Nein! Egal, ja. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, ob ihr Arme oder Beine weggeben müsstet. Für was würdet ihr euch entscheiden? Denkt dran, wenn Beine weggenommen werden, werden wir alle drei abgenommen. Nein. Nein. Nö. Lass mal jetzt jedem das Denkmal machen. Das ist auch ne gute Frage. Es ist interessant, dass die Hände wichtig sind zum Zocken. Ja eben. Das ist nämlich auch das Ding. Aber... Und und... Ja also bitte. Also... Es ist mit Beine. Wenn du kein Pillen mehr hast... Wenn ihr entweder beide Arme abgenommen oder beide Beine, was lieber? Oh sehr gute Frage. Also alles... Wie immer bitte. Oh sehr gute Frage. Was beide Beine oder beide Arme? Also alles unter den... Nein, das steht dort nicht. Nein, ja. Dort ist nur Arme und Beine. Also du behältst deinen... Der schlägt dann immer auf dem Bein. Wie ist der? Duller Haar. Duller Haar. Duller Haar. Das ist dann sozusagen der Stank. Also ich kann's nicht den Stank. Es gibt ja schon welche, die fahren mit beiden Beinen nur Auto. Also die haben keine Arme und fahren dann nur mit beiden Beinen und so. Naja... Beide Beine Beine. Ich würde mir auch lieber beide Beine weg machen. Weil im Rollstuhl kannst du immer noch mit deinen Armen nicht bewegen. Dann kannst du rummoven und so. Ja. Und ohne Arme hast du dann schon ein Problem. Hast du schon gelitten? Wäre ja nicht so, wenn du dir irgendwie... Aber gut. Du kannst ja aber dein Bein essen. Gut. Also ich fände es auf jeden Fall bitter und man könnte natürlich kein Skateboard mehr fahren oder so. Das fände ich echt bitter. Das ist aber auch offensichtlich. Das wird auch von einem Typen erzählt, der auf dem Skateboard sitzt und zwei Hände hat aber keine Beine und damit immer fährt. Aber das ist ja... Doch, klar kann ich den. Der kann halt nicht richtig fahren. Du bist so ein Skateboard-Nazi, ey. Aber ohnehin das... Du bist so ein Skateboard-Nazi, ey. Das Zocken ist sowieso scheiße mit dem Fuß bist du da übelst langsam und kann keine Instrumente mehr spielen. Ja, also dann eher Beine... Aber wenn du die Arme abnimmst, hast du die Chance nicht zu arbeiten. Der ist echt größtenteils wegen Zocken, würde ich sagen. Arme würde ich nicht. Aram, PSD, du musst deine Scheiß-Videos doch irgendwie schneiden. Das läuft die ganze Zeit, es gibt nur 7 Sekunden. Das geht doch Aram mit dem Fuß. So scheiße wie das gemacht ist. Sollen ja die Leute strecken ohne Arme, ey. Warte. Ihr Assis müsst ihr den nächsten Kommentar vorlesen, der ist voll leid. Die gucken sich gerade ein Video an. Warte. Stopp. Jetzt uns auf jeden Teil. So verhämmert ey. Also wir sagen einstimmig Beine ab. Oder? Ja, Bandart. So ein Gift, wo es kommt rein und raus geht. Es war auf jeden Fall einer meiner besten Happy Moments so. Sag mal, hast du was? Direkt. Kannst du alles einkommen? So, lese dir jetzt mal vor. Was von... Anarak Hopf-Flaume. Hä? Anarcho-Flaume. Achso. Anarok fand ich gut. Du heißt doch heute Anarok, Alter. Änder deinen Viernamen irgendwie, Alter. Mal eine Frage zum Thema Vegetarier. Robin, ich find's gut, dass du einer bist. Ich bin selber Vegetarier. Aber was ist mit dem Rest? Seid ihr auch Vegetarier oder ähnliches? Schwul. 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 Oh! Und was sagt ihr zu Veganern? Also ich persönlich hab mega Respekt vor Veganern. Auch wenn ich es wahrscheinlich nie schaffen würde, vegan zu leben. PS an alle, die sich fragen warum Vegetarier. Don't ask me why I'm vegetarian. Ask yourself why or not. Naja. Also ich find das ja auch toll wenn jemand vegan sich ernährt und so. Aber was ich echt belassen finde die Leute die sich damit zu profilieren. Ja genau. Das willst du wirklich essen? Ja. Das mach ich halt echt nur wenn... Das hast du. Ich hab's so oft gemacht. Ja aber nur wenn z.B. Robert nicht vorher anspastet. Nein. Von wegen... Ist das nämlich übelst? Ist auch so ein typisches Vegetarier Klischee. Dass die Vegetarier mehr darüber erzählen, dass sie Vegetarier sind. Als sie's wirklich leben sollen. Alles gibt's überall aber... Klischee auf jeden Fall. Klischee. Aber... Aber ich verstehe nicht warum man vegan leben will. Weil dann isst man auch kein Brot mehr oder so. Kannst du können... Machen also... Spezielles Brot. Ja. Ist ja ok. Na Brot kann oder Essen. Nein nein. Sind in der Eier drin drin? Es gibt ja auch Brot ohne Eier. Mein Mulch in meiner Tasche. Oder Milch. Es gibt auch Milch nicht. Es gibt auch Sojamilch und so ein Zeug. Aber das sollte... Ja. Sollen sie machen? Sag's aber es ist... Es ist... Es ist... Einen anderen Linksstil. Du hättest sagen, es ist schwul. Political incorrectness. Ja. Das ist für mich. Mr. Zwiebelbuckett. Na endlich ein motivierter Kalle in einem Nostera Feedback. Eben die ganze Zeit weg. Echt motivierter Junge. Robby G. Jungs. Lasst mal 10, 15 Jahre ins Land gehen. Hallo. Wenn alles gut läuft, dann kommt ihr auch noch auf den Trichter, was die intoleranten Bastarde unter Sexismus, Geschmacklosigkeit und pubertären Schulhof... Ja. Das habe ich auch schon gelesen. Also das Ding ist halt... Alter, ist cool. Wenn das dein Humor ist, ist es völlig in Ordnung. Ja. Wenn dir das nicht gefallen hat, ist es okay. Aber es... Weißt du, du kannst nicht jetzt schon sagen, was in 15 Jahren sein und dass sich mein Humor bis dahin erinnert. Kann sein, klar. Ist möglich, ja. Aber du kannst jetzt auf jeden Fall nicht mit Sicherheit sagen, dass ich jetzt in 10, 15 Jahren nicht mehr so einen anti-intoleranten Bastard-Humor habe. Kann immer noch sein. Im Moment sieht es auch noch da, weißt du, so aus. Das Ding ist auch, dass er sich da so ein bisschen drüber erhebt gerade so mit dieser Aussage, weißt du. Erstens macht der Schulhof-Humor schlecht, weil ich meine, ist doch egal, über Humor kann nicht gestritten werden. Der eine hat den Humor, der andere hat den anderen Humor. Mein Gott, ich soll jetzt nicht irgendwelche grenzwertigen Aktionen rechtfertigen, aber mein Gott, wenn jemand den Humor hat, wenn jemand WhiteHitty lustig findet, dann ist das okay. Aber ich muss es nicht lustig finden. Genauso musst du unser Gamescore-Video nicht lustig finden. Ich habe jetzt hier leider kein Internet, aber ich glaube, das ist auch der Typ, der auch diese... Also wenn du das bist, du hast echt coole Videos gemacht von Team Fortress 2 und von Left 4 Dead auf jeden Fall. Dieses eine fand ich richtig geil, das habe ich mir danach angeguckt. Ich bin auf dein Profit gegangen. Das hat er denn ja gemacht? Ja, das ist so ein Grafiker, wenn er das ist. Ich glaube, das ist er auch. So ein Grafiker, der hat Team Fortress 2 und Left 4 Dead 2 irgendwie zusammengebaut. Das ist ich, Alter. Keine Ahnung, wie das technisch möglich ist. Auf jeden Fall. Grandioses Meisterwerk. Und das mit dem Stein, Alter. Wenn der Tank dann ankommt und das Ding wegballert, dann ist das richtig geil gemacht. Und vor allen Dingen auch richtig geil wie ein Film, Alter. Sehr cooles Video, wollte ich dazu noch sagen. Du solltest übrigens den Eingang. Du solltest den Eingang. Du solltest den Eingang. Ja, okay. Da kommt noch so ein ähnlicher Kommentar, glaube ich. Deswegen lass mal weiter. Du darfst. Wie groß ist euer Politikinteresse und habt ihr vor, wählen zu gehen? Falls ja, wählt ihr die NPD-Sami. Wahl-O-Mat kann ich empfehlen. Hat bei mir immer bei der Entscheidung geholfen. Ne, das reicht nicht, Wahl-O-Mat. Man muss sich alle Parteiprogramme durchlesen. Also zur Wahl gehe ich auf jeden Fall. Wählen ja, Interesse nein. Wählen ja und ungültig machen. Wobei die meine Hautfarbe am besten... War das die NPD? Die Frau und DVU. Ne, NPD ist nicht zu... Mach die Violetten. Die NPD, Alter. Die sind mir zu demokrat. Die sind mir zu demokrat. Ich wähle meiner Hautfarbe entsprechend. Deswegen ist das immer braun. Also ich finde, die hießen die Grauen Panther. Ich bin lieb. Ich bin lieb. Wie hießen die? Die rosen Panther. Die rosen Panther sind doch die Rentner. Ja, ja. Aber das ist halt auch wieder... Das ist alles wie eine totale Reputationswählerei. Das sind die Rentner, das sind die Roten. Das ist alles viel zu verpachtet. Wenn es eine Partei gibt, die sich aus jeder Partei das Geilste rausnimmt und auch immer flexibel bleibt und sagt, ja, wenn jetzt das Neues kommt, dann nehme ich das... Die sich auch mal traut, was aus der NPD rauszunehmen. Weißt du wie, hey, die NPD hat auch ein, zwei gute Sachen so am Start. Da unten... Oh, Mimfeld! Geld, Geld, Geld für die Oma! Anstatt für die Sidi und Oma! Keine Ahnung, ja. Es geht einfach darum... Ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt auch die krassen... Es ist auch mit Koma, aber Geld für die Oma! Auf jeden Fall. Es geht ja darum... Okay, ich nehme das nochmal zurück, die Aussage und sage, wenn die NPD gute Sachen hätte, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus, ja, dass sich dann nochmal einer sagt so, ja, ich nehme mir einfach von dir das Beste raus. Auf jeden Fall, diese Unflexibilität in der Politik, die finde ich halt voll behindert. Deswegen finde ich zur Zeit, die Partei, die Partei mit am Lustigsten, weil die machen sich einfach über die ganze Scheiße lustig. Ja, weil es im Endeffekt alles totaler Bullshit ist. Ich meine, guck mal... Gefühlt sind... Die Parteien, die jetzt an der Macht sind, die machen doch gefühlt alles selber. Ja, also wenn du wirklich Flexibilität willst, dann echt nur zu einem bestimmten Grad. Weil wenn du echt heute das willst und morgen genau was anderes... Na, das geht nicht! Aber auch... Die CDU ist auf jeden Fall schon mal davon überzeugt, dass Homos scheiße sind. So, da sind sie nicht sehr flexibel. So, und die Partei, die Partei ist auf jeden Fall auch in der Hinsicht lustig, weil sie halt sagen, ja, es gibt zur Zeit keine wählbare, ordentliche Partei, deswegen wählt einfach uns. Weil wir verarschen einfach alle. Ja, find ich gut. Also ich würde sagen, Stefan sollte in die Politik gehen und diese Partei... Und würden wir wählen gehen... Ich weiß... Ich weiß ja nicht, ob ich wählen gehe. Ich weiß, wer nicht wählt, wählt NPD in so einem... Du wählst NPD? Das darfst du nicht verraten. Und... So, aber weißt du nicht. Ich fänd's halt an sich... Es wird zur Zeit wieder echt viel gemacht dafür, dass Leute wählen gehen. Find ich auch in Ordnung so, aber... Wählt die NPD. Hey! Ich fänd's lustig, wenn wirklich alle... Mal nicht wählen gehen. Wenn alle wirklich auch nur Politik halb interessieren. Also wenn wirklich nur mal die Leute wählen gehen und die sich wirklich voll für Politik interessieren, die jedes Wahlprogramm wählen, was weiß ich ja... Dann würde man einfach nur sehen, dass die richtige Wahlbeteiligung, ja... Die richtige hier, die Kopfwahlbeteiligung, wirklich echt sehr gering ist, so. Weil die Politik einfach... Weil, was ich heute die Leute... Es wählen, so viele Rentner wählen aus Gewohnheit zum Beispiel. Immer wieder jahrelang dieselbe Partei... Aber dann sind dann die ganzen Faschos da mit dabei. Weil die Faschos... Ja, das ist klar. Die immer so viele Wahlbeteiligungen haben... Ja, aber... Das stimmt schon klar, aber du würdest im Endeffekt... Wenn wirklich alle mal sagen würden, ey, ganz ehrlich, Politik... Ich mein ganz ehrlich, mich betrifft's gefühlt gar nicht und... Egal, wen du wählst, wird sich gefühlt nichts ändern. Aber ich mein, wenn sich halt alle denken, wird sich halt auch nichts ändern. Und da wäre es halt geil, wenn einfach mal alle, die genau so denken, halt nicht wählen gehen würden. Ich... Damit die halt sehen würden, im Endeffekt... Die Partei der Nichtwähler. Alle, die nicht wählen... Ja, Alter, übrigens. Ich finde sowas wie... Aber dann... Dann wählst du einfach sowas, dann hast du die Wahlbeteiligung ist hoch... Und dann hast du solche Splitterparteilen und sonst was mit dem Verhältnis... Ich fänd's auf jeden Fall richtig, richtig... Na, aber dann würden die Oberen einfach mal sehen, dass gefühlt 95% der Bevölkerung... Ich fänd's richtig geil, wenn die Politik komplett überschwemmt wird von solchen Spaßüberträgen wie die APPD oder sowas... Fänd ich so geil und Spaß... Und wenn sowas einfach komplett überschwemmt wäre, dann hätten wir auch viel mehr Humor in der Politik... Dann gäb mir auch mal ein Umdenken... Barack Obama kommt nach Deutschland und Sonneborn verarscht ihn aufs Übelste... Wie geil wäre das denn bitte? Weißt du... Ich bin auf jeden Fall für mehr Humorfreiheit... Also egal welche Partei... Das weißt du... Aber die Glocken läuten... Um zur Frage zurück zu kommen... Also ich finde, wir wählen selbstverständlich... Was war's noch? Kennt ihr euch... Wahl und Markt hab ich auch gemacht, aber danach richte ich mich nicht... Weil du dann NPD wählen müsstest... Bei dir kam doch NPD... Ich hatte 75% Übereinstimmung mit den Violetten... Ich bin ein sehr spiritueller Mensch... Aber ohne Spaß... Also... Also ich meine ich wähl nicht NPD... Aber laut Valomat hätte ich... Soll ich NPD wählen? Das war bei mir aber auch so... Das geht das Ihnen so krass? Nein... Wenn man einfach... Wenn man eine Auktion auswählt... Dann sofort kommt als erstes NPD... Richtig... Also... Weil auch... 10, 15 Freundinnen die das alle gemacht haben... Die sind auch überhaupt nicht recht... Gar kein Ding und die haben alle NPD ganz oben gehabt... Das ist das Standard Ding... Das ist das Verkauf von denen... Erstmal NPD... Ja... Also weiß ich nicht... Ich wollte noch sagen... Aber sonst ist das gar nicht so schlecht... Und nicht einfach mal... Der erste Schritt... Ja... Als Orientierung... Aber ich würde auf jeden Fall nicht sagen... Okay... Das wird jetzt angezeigt... Auf jeden Fall nicht... Auf jeden Fall nicht... Führer Television... Ein schöner Kanal auf YouTube... Ah ja... Hast du mir gezeigt... Das ist ein Typ der sich als Adolf Hipster... Adolf Hipster gibt... Und auch so Parteien analysiert und so... Finde ich ganz lustig... Ist eine coole Idee... Nein... So der nächste Kommentar... Das ist Maslum... Den haben wir auch auf der Gamescom getroffen... Ja... Maslum... Der DR Dark Victory... Die... Ja... Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen... Als ich still in der Oculus Rift gesehen habe... Wie Robinho... Das so... Rumgeschlendert ist... Und die Leute angefasst hat... Hahaha... Ja... Äh... Da waren viele der Meinung an... Ja... Also... Im Nachhinein... Es ist auf jeden Fall... Zu weit gegangen... Dieser Teil... Das gebe ich zu... Jetzt steht doch mal dazu... Was du getan hast... Ja... Das war übrigens geil... Ich stehe dazu, dass ich es getan habe... Aber es ist trotzdem ein Stück zu weit gegangen... Nein... Das war übrigens geil... Es hat mindestens eine Person angefickt... Also... Ja... Assassin's Confidence... Ich entschuldige uns im Namen von... Assassin's Confidence... Ich entschuldige uns im Namen von... Assassin's Confidence... Ja... Assassin's Confidence... Haut mal wieder einen neuen Gänzer raus... Ich feiere dieses Format... So krass... Das Rotom... Ja... Das haben wir ein bisschen vernachlässigt... Das stimmt... Aber es kommt demnächst wieder mal... Was kommt? Annoying Dancer... So... Norma... Ich kann einen anderen lesen... Ich muss jetzt diesen... Was war denn am Video Day... Dass Herodes so niedergeschlagen war... Ich hab mich grad durch die Aufzeichnung... Vom Livestream durchgekriegt... Und alles was ich gesehen habe... War schief singende Leute... Und Typen die einem sagen... Dass man tanzen soll... Aha... Du beantwortest dir die Frage selber... Ja... Stimmt... Ich hab gesehen... Was aus... Aus Youtube geworden ist... Und das hat mich echt mitgenommen... Norma ist es so geil... Du machst es nur mit der Kopf... Du machst es bestimmt nicht ganz... Stefan Bönemann... Machst du mir einen Zopf... Ich würd dir gern die Frage auch beantworten... Ja... Du hast echt ne gute Meinung... Kannst du wählen? Stefan... Stefan Bönemann... Ich steck in die Geschichte rein... Willst du noch was sagen... Ist fertig... Ist fertig... Scheiße... Videoday... Ich kenne euren Humor... Na eigentlich... War es wirklich... Also... Ist ja rein... Ist ja rein... So schlimm ist es nicht... Nicht so interessant... Doch... Es war einmal... Dieses... Dieses Zweigeteilte... Leute die viel bezahlt waren... Durften da ran... Leute die wenig bezahlt haben... Waren auf der Tribüne... Einmal... Videoday... Was das früher immer war... Früher war das ein Raum... Da hat man seine Leute... Die Youtube Leute kennengelernt... Jetzt ist es einfach... Leute die auf eine Bühne steigen... Und da irgendeine Scheiß-Performance machen... Die nicht mal gut ist... Einfach nur um... Irgendeine Geklatsche zu ernten... Und irgendwelche kleinen Pfutzigen... Hier Mädchen ihre Mumu-Krabbeln zu machen... Weißt du... Wie ist diese eine Zaufpack-Folge... Gesagt wird über Disney... Alter... Ihr kennt doch die Zaufpack-Folge... Mit Disney... Wo diese Boybands so... Läubstdorfer Jung guckt... Du grüßt auch Zaufpack... Hallo Läubstdorfer Jung... Grüß dich Andy... Was man jetzt halt... Fairerweise noch dazu sagen muss... Ist halt... Wenn man halt wirklich weiß... Dass das Publikum so... In die Richtung gedrückt wird... Dann kannst du natürlich auch... Keine... Noten auf der Bühne vergewaltigen... Oder sowas... Ey das sagt ja auch keiner... Das ist das meine ich ja... Leider... Deswegen ist das... Okay das... Da stehen dann Leute auf der Bühne... Die eigentlich gar nicht singen können... Die singen dann ein Playback... Irgendwelche Shows... Und werden als Megastars gefeiert... Aber... Können halt... Ich mein 2012... Hat man noch die Leute... Es war vielleicht schon abgesperrt... Und alles... Aber man hat die Leute noch gesehen... Und alles... Die Bühnenschau war so... Nicht Pflicht... Aber... Man hat halt während der Bühnenschau... Noch die ganzen Leute sehen können... Die man sehen wollte... Die dann noch rumstatten... Während der Bühnenschau... Jetzt hatte man nur diese Scheiß-Show... Die echt schlecht war... Und mehr nicht... Also ich finde... Es sollte einfach nicht sein... Das ist der nächste Raum... Wo man sich einfach... Treffen kann... Und seinen... Ne... Anstreifen kann... Und das ist einfach nur... Da... Nicht irgendwie so ne... Wie 2011... Da war das glaube ich... Völlig in Ordnung... Das sehe ich mal nicht... Einfach nur ein großer Raum... Wo man einander anfassen kann... So... Stefan... 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 Ich kenne euren Humor... Das relativiert... Keineswegs... Das relativiert... Das relativiert jedoch... Keineswegs... Das Gesellschaftsbild... Das ihr reproduziert... Und somit stärkt... Gerade von euch... Hatte ich eine... Differenzierte... Einen differenzierten Umgang... Mit dem konstruktiven... Und geduldigen Teil... Der Kritik erwartet... Es ist schwer zu argumentieren... Wenn man sich von einem Mob... In die Ecke gedrängt fühlt... Aber ich denke... Ihr solltet aufhören... Euch zu rechtfertigen... Und beginnen das zu akzeptieren... Dass man einem anderen Menschen empfunden wird... Sexismus braucht keinen Vorsatz... Habe ich auch gesagt... Das ist halt auch so ein Ding... Also das haben wir alle gesagt... Also... Da waren wir auch alle der Meinung... Es ist halt so... Beim Shitstorm ist halt auch immer so... Dass nach einer Woche... Redet davon kein Schwein mehr... Weißt du... Wie halt die Leute... Die außerhalb... Zwei, drei... Die es ja wirklich so... Mega drauf eingelassen haben... Die auch Leute in die Pfanne hauen wollen... Die bleiben natürlich dran an dem Thema... Und weißt du... Und so geht es dann halt weiter... Aber... Im Endeffekt stimmt das schon... Also... Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Verstehst du... Also er ist auf jeden Fall... Kontra... Wir... Also er sagt auf jeden Fall... Wir relativieren unseren... Unseren Sexismus-Part... Im Gamescom-Ding... Vergiss es... Er sagt aber... Wir sollen akzeptieren... Was von anderen Menschen empfunden wird... Dann sage ich aber auch... Genauso... Müssen andere Menschen... Akzeptieren... Was von uns empfunden wird... Er zieht sich aber wahrscheinlich... Auch auf die Mädels im Video... Für die du allerdings nicht sprechen kannst... Weil nur die Mädels im Video... Können für sich sprechen... Und dann muss ich sagen... Ja... Dann gab es aber auch Gegenbeispiele... Zu denen... Die sich gestört gefühlt haben... Wo es bis jetzt nur eine gibt... Die sich zu Wort gemeldet haben... Die halt auch in der Mehrzahl waren... Das ist das Ding... Ja... Entgegen dem... Waren halt viele andere... Die sich da überhaupt nicht... Vor Ort gestört gefühlt haben... Und wenn du jetzt das meinst... Mit was andere empfinden... Die Leute die uns kritisieren dafür... Für dieses Video... Dann sage ich... Es gibt mindestens einen genauso großen Mob... Der allerdings sagt... Sie sind überhaupt nicht gestört... Von diesem Video... Und es ist überhaupt nicht problematisch... Also müsstest du auch akzeptieren... Was diese Seite sagt... Also... Ja... Das heißt nicht... Das heißt nicht... Dass sie sexistisch geweint ist... Oder so... Und das Gamescom Video... War definitiv nicht... So geweint... Das... Kam halt bei einigen so an... Und das tut mir leid... Aber... Der Sack ist aufgeschossen... Ja... Mr. Tübergett... Glückwunsch zu eurem kleinen TV-Auftritt... Bei Zock und Halligalli... Meint er... Der war wirklich... Der war wirklich... Der war wirklich... Der war wirklich... Der war wirklich klein... Wir hatten aber zwei kleine Auftritte... Also... Einer... Hey, die waren nicht hintereinander... Du Pisser... Hä? Was meinst du? Pisser... Wir hatten zwei Szenen... Ja, na und? Die waren nicht hintereinander... Oder was? Nein... Ist ja egal... Es waren noch andere dazwischen... Ist ja egal... Es war einfach nur... Einfach nur legendär... Ist doch eigentlich nichts besonderes... Aber es waren ja auch ganz viele andere... Fenton Zero... Bei Zirkus Halligalli... War ein Ausschritt bei unserem Video... Aber wenn wir das so feiern würden... Würden wir da nächste... Jede Woche mitmachen... Aber wir machen nur mit... Wenn wir die Sache cool finden... Aber... Genau... Fenton Zero... Also Daniels Wettraum Simulator... Klingt mir stark nach... Körbel... KSP... Kennst du das? Keine Ahnung... Maggi Feinwurzel auf die Pizza... Ist der elendigste Bringer... Mach ich seit nem guten Jahr... Das übrigens... Aus Zufall... Und will es nicht mehr... Missen... Wie kann man durch Zufall... Sich Maggi auf die Pizza... Wie kann man durch Zufall... Pisse in den Mund kriechen... Ich hab keine Ahnung... Ich hab keine Ahnung... Du holst dir über... Die steilten Scheiss raus... Anna hatte von ihrer Cousine... Ich hatte das Thema gestern erst mit Julia... Und sie weiß es auch... Wenn man zusammen mit der Badewanne ist... Und Frauen stehen pisst... Kriegst du es zu... Du hast es doch schön gesagt... Und dann guckt man so... Was kommt denn da? Naja... Realitätsnamen wieder... Bis euch mal jemand... Aus Versehen... Der Sonne ganz links mit der Brille... War mir schon... Nach 3 Minuten unsympathisch... Voll der Spast... Aber das macht ja... Ja... Das ist voll der Spast... Alter... Unsympathisch... Das ist ja Dingsens... Ich weiß nicht... Das ist so ein Spast... Von wem? Das haben wir übrigens... Im letzten Feedback nicht angebracht... Diesen Ansatz... Von Phantom Zero... Von dem Spast... Nein... Weil ja gerade Kloputz... Das ist nämlich voll sexistisch... Das auf dem Klo... Im Atrium zum Beispiel... Bei uns... Die Kloputzfrauen... Das heißt schon Kloputzfrauen... Ja... Warum gibt es keine Kloputzmänner... Da war doch ein Mann... Nein... Da war mal ein Mann... Ey... Das ändern sich... Das ist doch mal ein Haus... Warum gibt es keine Kloputzmänner... Das Ding ist nämlich... Die könnten ja dann... Perverse Sachen auf dem... Damenklo machen... Ja... Das ist so sexistisch... Genau... Ich hab dich wieder... Aber gegen uns halt... Also... Andersrum sexistisch... Ich kenne mich hier... Ich hab gar nichts damit zu tun... Oh... Burlentwins... Wir haben trotzdem keine Schwarze... Unsere Tonnen... Burlentwins... Hahahaha... Hahahaha... Ich hab dich damit beschäftigt... Die Klagelieder zu singen... Hahahaha... Von wo bin... Hahahaha... Hey ihr Freaking Rods... Was sind eure 3 Lieblingsvideos... Von eurem Kanal... Oh Gott... Oh cool Frage... Das ist eine coole Frage... Das ist eine coole Frage... Das ist eine coole Frage... Hast du einen Kuss, Alter? Der Banküberfall... Hahahaha... Ich bin die Nutte... Hau rein... Ich bin die Nutte... So... Yo... Also meine 3 Lieblingsvideos sind... Oh... Schwer... Also bei mir ist Dragon Ball ziemlich weit oben... Dragon Ball? Einmal bei mir auch... Metal Gear finde ich auch sehr geil... Ja... Also ich finde den Metal Gear Schnitt... Von... Was bei Giga hochgeladen ist... Weil da ist die Originalmusik... Und da ist der Schnitt mega geil... Der Upload ist geil... Das ist voll Eigenlobe jetzt gewesen... Egal... Es geht doch um was... Er kann sich nur selber loben... Ja... Egal was ich sage... Es ist immer Eigenlobe... Also... Ja... Also ich finde am besten... Das mit einem Altersheim... Was aber wohl nicht mehr oben ist... Dann... Das Zombie Video... Und dann Metal Gear Zombie... Ich find's... Ich fand's sehr... Self Destruction... Ja... Also ich schwöre... Was mich nicht unbedingt macht... Schade... Ich schwöre... Was mich nicht unbedingt macht... Ich schwöre... Ich schwöre immer noch... Auf den neuen Waiter Teil 1... Ich fand ihn immer noch... Ich fand ihn überhaupt nicht witzig... Ich fand ihn witzig... Aber das Sound war halt zu scheiße... Als dass man den jetzt echt gut finden... Oder den Top 3 packen könnte... Ja... Und ich finde jetzt... Ehrlich gesagt... Das GTA Video... Was wir jetzt rausgehauen haben... Ist auch echt... Ziemlich gut geworden... Das Ding ist halt auch... Das Video finde ich auch... Im Gesamtwerk halt ziemlich cool gewesen... Ja... Also das GTA Video ist... Geil im Gesamtwerk... Aber es ist nicht... Ich finde es nicht so... Lustig... Was ich richtig lustig finde... Ist halt zum Beispiel... Das Dragon Ball Video... Weil das einfach nur total dumm ist... Also... Schon alleine... Die... 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 Nicht die Genki Dahmer... Sondern das Kami HBH... Einfach nur dieses Pappding... Ja... Das ist einfach so dumm... Oder... Oder er als Vegeta mit dieser Pappe... Wir haben uns das von euch auch angeguckt, ich fand den Gedanken, den haben wir auch so ungefähr aufgenommen, mit dem was man jetzt alles machen kann. Was ich richtig lustig fand war das Burger King-Ding, Alter. Ey, ihr kurv das Ding, ihr kurv das Ding, das fand ich richtig geil, Alter. Und dann ist sie hinter den Tresen gelaufen und so. Jo, Anna. Ich hab mal auf den Tresen gepisst. Anna, Anna, ich mag Prag, ich mag Berlin und ich mag Paris. Paris, das ist immer so schön vielseitig, deswegen mag ich ja meistens. Also zwei wurden bei mir schon genannt, Dragon Ball und GTA und Paris ist auch ein Alltime Favorite von mir. Alltime Favorite. Ich kann mich immer wieder gerne anschauen. Und Sami? Nicht zuletzt, deswegen gerne auch. Ich schließe mich an, ich schließe mich der Anna an und... Bei Paris ist die Musik nicht perfekt, finde ich, aber wir haben halt schon eine begrenzte Musikwahl, deswegen... Ich finde eigentlich auch noch neue Operation Moshings echt gut geworden. Nee, das ist jetzt kein Eigenscheiß, der Schnitt ist halt doch mega witzig. Da fand ich so die Wall of Death witzig. Genau, da sind halt echt coole Sachen dabei mit der Bibliothek und mit der Wall of Death und so. Das sind ja viele unerwartete, lustige Sachen am Start, deswegen... Ansonsten, genau, macht ihr auch mal eine Hausaufgabe für uns Fans aller Circus Halligalli? Eigentlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Das ist immer zu faul. Und wir freuen uns schon auf eure Version von GTA in real life, genau. Jo, ihr habt aber nicht kommentiert, ihr Asis. P.S. A dog does not eat a dog. Doch, wenn es ein Hotdog ist und auf dem Boden liegt und dann... Du bist... Du bist... So. Oh... Correct. Ja, dann kommen ganz viele englische Fragen von einem ziemlich coolen englischen Kommentator, der kein Engländer ist, aber... Jo... Und der Matthias, oder was? Der nächste ist Halafir. Ich hab ja der Matthias auf jeden Fall. Ja, was sagt er? Wie findet ihr es, dass Channel WeYtitty mit musikalisch nicht sehr wertvollen Songs in den Charts landen? Das ist ja ähnlich wie... Nur weil sie ihre Fans mobilisieren, das zu kaufen. Findet ihr das eher gut, oder verfälschen sie damit die Charts so sehr? Als weiteres... Du bist ein sehr... Ja gut finde ich es nicht, aber... Einer von den nicht unkleberen Menschen, oder? Ich finde es aber auch nicht so schlimm, aber... Ich meine, es ist halt so. Ja, ich finde es kacke. Als der ältesten Geschäftsmodelle der Welt, dann so viele Fans wie möglich sammeln und dann das irgendwie in Ghetto mannen. Und die haben ja auch ganz viele Musikparodien gemacht und das lässt sich eigentlich schon gut so verbinden auf jeden Fall. Und was mich daran halt anpisst, dass es so... Also man merkt dem neuesten Halt Dein Maul zum Beispiel. Das ist halt so auf Trends auf und es ist halt am Reißbrett ein Lied, was am Reißbrett produziert wird, wo richtig... Wo du dahinter die Manager merkst, die so meinen, ja das ist gerade im Trend, das kommt gut an. Wir machen mal eine fröhliche... Dieses ganze Crow-Ding ist zur Zeit groß, lass mal in die Richtung gehen so. Und dazu noch so ein bisschen, ha ha, halt Dein Maul übelst frech, damit die Kids das auch feiern. Du merkst halt richtig, dass das konstruiert ist und nicht irgendwie liebevoll da jemand Musik machen wollte. Das ist das, was mich daran so ein bisschen... Ist das Dein Anhänger dahinter? Ich find Halt Dein Maul, finde ich, ähm, musikalisch, sehr cool. Also, ähm... Es ist ja nicht schlecht, es ist ja auch gut produziert und alles, aber das sage ich halt nur, dass es diesen Beigeschmack hat, von wegen, hey wir produzieren jetzt mal was, was erfolgreich werden soll. Wobei auch die Frage ist, wie viel Input, weil ich die tatsächlich dabei hatte. Das ist ja egal. Ne, das ist eine Frage. Aber es ist nicht meins, sondern eine Autofirma. Weil hier nämlich der Stift immer seine Honda-Mütze hatte und jetzt hat der Mitsubishi. Ja, aber mein Vater jetzt Honda und Mitsubishi hat. Das ist erstmal scheißegal. Shame auf die euch. Ja. Chalafir. Ich find's immer wieder toll, wenn Kalle da ist. Ich beobachte ihn immer gerne. Oh, das ist süß. Chalafir. Der Undertaker könnte ja mal in einem Nobelrestaurant essen gehen und dann ihre spezielle, genussvolle Art, die Nahrung zu sich zu nehmen. Einfach etwas extremer praktizieren. Na, es kostet halt, gell. Wenn dir das, wenn dir das sponsort dann kein Ding, dann ziehe ich mir auch gleich. Kickstarter. Anna geht ins Nobelrestaurant. Kickstarter. Dann ziehe ich mir ein schickes Kleidchen an und schmink mir die Fresse voll und dann geht's los. Als Nutte. Als Nutte. Jawoll. Warum eigentlich? Fremdschirm erklärt hier das Fremdschirm. Fremdschirm ist, wenn man etwas sieht und passiv daran denkt, dass man selber in der zu sehenden Situation ist und obwohl man es gar nicht will, dieses Schamgefühl empfindet. Beispiel Miley Cyrus, VMAs. Finde ich zum Beispiel Null. Ich habe mich da Null irgendwie. Ja, ich auch nicht. Und ich fand den Auftritt auch... Und vor allem hat sie den Auftritt ja bewusst gemacht. Ja und ich fand den Auftritt auch nicht schlimm ehrlich gesagt. Das ist halt auch künstlerische Freude. Gott hat sich gefreut. Ja, was heißt gefreut? Hast du heute Arsch gesehen? Ja, der Arsch. Das ist egal. Ey, der von Ecke ist eklig. Ey, guck mal auf Nostara Forks, der Nostara Forks Fertetest, ey. Richtig geil. Ja, ich fand den Auftritt jetzt auch... Sie wollte halt provozieren. Also ich habe auch gehört, dass Robin Thicke sich halt danach auch sehr aufgeregt haben soll, dass sie da so abgegangen ist. Also war auf jeden Fall nicht so viel abgesprochen. Und sie hat auf jeden Fall noch eine Schippe mehr drauf gesetzt, als die Leute das wahrscheinlich da erwartet haben, aber... Und dann hat sie Wrecking Ball rausgehauen. Ja, was ich auch nicht schlimm finde, weil das ist alles künstlerische Freiheit. Die können machen, was sie wollen, weißt du? Aber die Leute wollen sich ja aufreden. Ja, das ist halt das Ding, Alter. Ohne Scheiß, das ist hier... Alligator, es regnet kaum, Alter. Wenn es nichts mehr gibt, das ist vor allem bei den Deutschen, ist das ganz, ganz toll. Wenn es nicht so viel zu erzählen gibt, dann reg ich mich über Sachen auf. Gerade im Sommer noch ist das immer... Ja. Jetzt, wenn GTA raus ist, habt ihr noch zu reden, da gibt es nichts mehr. Ist alles vom Bildschirm. Gibt es nichts anderes. So, Lotus Hans, der hat uns, ja, unterstützt. Guter Mann, der ist echt immer gut dabei. Wäre Daniel eine Frau, würde ich ihn so hart durchkrammen, bis seine Liebeskorte so stark ausgeleidert ist, dass ich meinen Omnibus da rein parken kann. Boah, sag mal, so ein schöner Kommentar. Boah, Junge, ne? Super. Nicht ganz so charmant wie Kalle ist so heiß, aber... Aber immerhin... Das ist geiler. Das ist geiler. Ich hätte lieber, ich hätte lieber so ein... Ne, ich freue mich natürlich auch so. Aber ich hätte lieber so einen Kommentarschluss. Dass ich meinen Omnibus da rein parken kann. The Farmer Kitty. 2, 53, 12 bin ich der Einzige, das Bild von Kalle... War doch Kalle, oder? Gesehen hat. Ich nehme an, ganz am Ende. Hab ich dann nochmal angeguckt, ja? Ich habe nämlich deine Chatroulette-Bilder ins Ding. Ja, genau. Die hat dann nochmal reingebaut, ja. Ich muss natürlich die Möpse zensieren, leider, aber... Egal. Was? So. Der Nächste ist mir zu lang. Harlekin. Ja. Die beiden sind voll super. Die kommen auch aus Weimar, oder? Eingeflogen. Die waren eingeflogen aus... Aus Köln. Ne, äh, Bonn. Ne, Köln, ja genau. Und Konzentration lag ganz klar beim Dildo. Hab auch eine Wii U, Stay Strong. Für alles andere als Nintendo-Spiele gibt es einen... Gibt es einen Computer. LOL spiele ich auch. Schreckliche Sucht. Ich sag... Keine Ahnung, verstehe ich mich. Verstehst du das Alter? Team... TS oder was? TS-Adda? Der Andy-Darme. Vielleicht heißt er ja so, keine Ahnung. Die Robin seit Anfang an und darauf bestehe ich auch. Zelda ist top. Twilight Princess ist super. Jackie Chan ist der King. Gawain. Äh, Robin hat gerade gesagt... Wenn ich Twilight... Wenn du spiele jetzt ein Computer gibt, dann müsstest du eigentlich dagegen stimmen. Wenn ich Twilight höre, krieg ich ETA. Ja, das ist das Problem mit Twilight Princess. Das ist der Name. Das ist übrigens der einzige Gegenstand mit Twilight im Namen, der gut ist. Fritzchen No Way. Robin, du musst mal dagegen argumentieren. Der hat gesagt... Das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Kommentar. Es gibt doch Emulatoren. Hä? Du hast dich ja verstanden. Es gibt doch... Robin, du hast die Frage nicht gehört. Alles was nicht Wii U ist... Für alles andere als Nintendo Spiele gibt es einen Computer. Ach so, ja PS3, Alter. Spiel mal auf dem Computer Uncharted. Heavy Rain. Jetzt legt er los. Jetzt gibt's doch ein Emulator. Jetzt drückt er die Scheiße auf. Jetzt drückt er die Scheiße auf. Richtig. Fritzchen No Way. Hat Kalle etwas mal... Hatte Kalle etwas mal mit... Alter, ich krieg's nicht hin. Hatte Kalle mal etwas mit Anna? Die Mom von Anna ist nicht gut drauf auf ihn zu sprechen. Und immer wenn Robin und Anna rummachen, guckt Kalle so genervt weg. Das behalte ich jetzt auch nicht. Ich würd sagen, wir antworten da nicht drauf. Aber halten uns diesen kleinen Mythos vor und ich guck jetzt immer weiterhin weg, wenn die rummachen, Alter. Und ich zwinkere die Hände wieder zu. Ja, auf jeden Fall. Du musst weg, guck du Mensch. Alter, das reicht jetzt aber wirklich jetzt hier. Entschuldige. Das kann er nicht mehr sehen. Ja? Hab ich gerade in den Kommentaren... Ja. Ach, das ist für Fury. Oh, nochmal zum Thema Filme. Ich kann euch... Insidious und Conjuring die Heimsuchung nur empfehlen, falls ihr auch vor uns steht. Weil sie nämlich richtig gut gemacht. Ansonsten, auf welche Filmgenres steht ihr denn sonst so im Moment? Also, Insidious haben wir beide gesehen. Anna schläft allerdings gerade. Was haben wir denn? Conjuring, Insidious. Und Dämonen? Dämonenfilm, fand ich nicht so gruselig. Ich bin aber generell jemanden, mich schockt eh fast nichts, weil ich bin so ein krasser Typ. Außer Samis Penis. Außer Samis Penis. Das ist nämlich echt mega groß. Und das andere ist der Film, den ich sehen wollte. Der andere ist jetzt gerade erst rausgekommen, den wollen wir noch gucken. Den wollten wir erst im Kino sehen. Hammer. Aber es war echt scheiße teuer. Es war echt scheiße teuer. Die brauchen sich nicht wundern und keiner mehr ins Kino geht. Die Lebensmittel waren so teuer. Du kannst nicht mit zu fressen reinnehmen, aber das was es da gibt, ist eklig. Wozu gibt's denn Rucksäcke und Tüten? Wir hatten keinen Rucksack mit. Das letzte Mal haben sie meine Tüte einbehalten. Und wir haben eine Katzenfutter. 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 Du brauchst also Katzenfutter. Ja, ich hab vorher eins gebraucht. Und auf welche Filmgenres steht das zur Zeit so? Ich find Horrorfilme schon cool, aber ich schocke mich halt nicht so. Das ist echt lustig. Was machst du denn die ganze Zeit denn? Wie so ein Knäppchen? Ich find das ein bisschen bitter. Ich wär von Filmen echt nicht geschockt. Das find ich echt schade. Entweder seh ich die Schockeffekte, die Jumpscares schon voraus. Also bei Spielen funktioniert das bei mir besser. Aber eigentlich find ich Horrorfilme voll geil. Ich muss sagen, ich find sowas bei Spielen viel schlimmer. Ich versetz mich bei Spielen viel mehr rein als bei Filmen. Zum Beispiel solche Kracher wie Resident Evil und so. Ja, Resident Evil 4. Was er mir hier ultra viele Sachen erzählt hat. Das hab ich glaub ich nur bis zum zweiten Start. Willst du mir mal was zu essen bepringen? Beim zweiten Start oder so gespielt? Pommes oder so, wenn die Pommes haben, wär das voll geil. Oder Dead Space oder sowas. Ich hab ein Pomponäe. Nicht so. Aber Dead Space... Eigentlich war übrigens noch Pomponäe nicht. Das kommt jetzt mit mir im Video. Schmaß nicht. Wenn die Pommes haben... Apokalyptical Fury ist noch am Start. Ach ja, noch eine Frage an Anna. Wurdest du wenigstens anständig dafür bezahlt, dass du dich in GTA... Na, runter, das ist ja noch. Warte mal. Wurdest du in GTA 5 so einem Sexobjekt degradieren lassen hast? Äh... Wurdest du mein Portemonnaie? Er stellt einfach nie seinen Swag aus. Äh... Ne, war da andersrum. Ich stell nie meinen Swag aus. So war das jetzt... Also das war's jetzt aber von mir. Reingehitlert, Alter. Reingehitlert. Ja man, ich stell nie meinen Swag aus. Du drehst dich nie aus. Die nächste Frage ist eine gute Frage. Apokalyptical Fury. Apokalyptical Fury hat sich heute noch den Nippel verdient. Von Novos Lead. Äh... Wie klärt... Den sieht man doch so nicht. Der ist zu klein, Kalle. Das ist so geil. Dass Passanten nicht die Polizei rufen. Beispielsweise bei eurem GTA 5 Video. Das ist so geil. Man sieht die Nippel nicht. Mit der Rauchbombe. Klar sieht man den. Na der war jetzt viel zu klein. Der wird versteckt von deiner Jacke. Jetzt wisst ihr auch warum Anna... Wir haben Robben nicht das. Ja lass das mal rein. Kalle. Robben kann auch das Nippel nicht weg. Das ist total witzig. Das ist total witzig. Ja, komm mal hier. Hast du deine Badehosen drauf? Ja Robben, Robben, Badehosen Swag. Komm mal her. Jetzt ist hier nämlich das geile Ding, Alter. Wie klärt ihr vorher? Habt das Passanten nicht die Polizei rufen? Gute Frage. Gar nicht. Wie wir das vorher erklären? Ja, wir machen auf jeden Fall ein richtig aufwändiges Programm vorher. Wir sind ja nicht immer nur zu dritt. Bei dem Überfall waren wir ja 50 Mann. Jeder stand da mit drin. Und hat dann eine Mal mit aufgeklärt, Alter. Ja, genau so. Das war übelst, ja. Und dann sind wir da dran. Gar nicht. Sobald auf die Kamera dann... Glauben doch, dass die Leute mich heilig voll. Wenn ich mir auf Rekord war, ging es dann los. Dann haben die ganzen Leute dann einzeln aufgeklärt. Ja, genau so war das. Also viele gaben mir dann auch schon manchmal ein Handy. Das hört sich jetzt zwar unglaublich auffällig ein. Und total lächerlich. Aber genau so machen wir das immer. Wir sind dann ganz schnell abgehauen. Wir sind dann ganz schnell abgehauen. Für den Fall, dass sie die Polizei rufen und damit seinen Treffpunkt ausgemacht. Geheim. Bitte nicht. Hey, du warst überhaupt nicht dabei. Ne, war ich auch nicht. Das haben ja auch Leute mit ironiert, schon gecheckt. Deswegen war das auch, glaube ich, jetzt schon die letzte englische Frage. Äh, die deutsche Frage. Das war schon die letzte englische Frage. Geht ihr mit dem englischen Part? Gut, ihr deutschen Männer. Ich mache jetzt Hausaufgaben. Auf Wiedersehen. Es ist übrigens Sonntag. Ich hau aber das auch ab, gell? Musst du den Leuten sagen, was es am Tag ist? Ich will immer neben Samy sitzen. Ja, ich will immer neben Samy sitzen. Robin. Robin. Ich hau jetzt auch ab. Du musst aber in seinem Arsch jetzt vorbei. Ich muss. Ja, Leute, das war's. Penis. Was? Ich muss. Ich muss ohne Spaß. Reingehitlert. Hier oben sind die Kommentare. Lass mal hier zusammen abspassen. Warte mal, ich will mal was rausfinden. Ja, ey, guck mal. Guck mal. Da bin ich. Oh, das ist romantisch. Und jetzt andersrum? Nee, das geht nicht. Dann müssen wir in die Tanne gucken. Warte mal. Ja, komm, mach Schluss hier. Guck mal, Daniel. Den Finger ich jetzt mal hier ins Gesicht. Ist mal aus meiner Hand hier. Jetzt mal durchdrücken. So. 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 To introduce our. New guest. This is. Samy. Hello. From. Far away. From far away. Nigger. I'm not from Niggerland. So. The first question is. Watch Dogs vs. GTA 5. But what's your opinion? GTA 5. We will see on Tuesday. And we three will all buy on Tuesday. Mittagessen und wir werden alle den ganzen Tag spielen. Und die ganze Nacht. Und die ganze Nacht. Nachmittag. Steve Stevens. Wie groß sind Romain und Kalle? Wie haben Sie alle angefangen zu skater? Und haben Sie schon gut in Skateboarding oder Parkour gemacht? Keep up die Kreativität. Warum wollen Sie nicht wissen, wie ich bin? 170. Wie groß bist du? Ich denke, Robin ist 180. Nein, ich bin nicht 180, ich bin 187. Never. Ja, zumindest mein Passport sagt es. Dein Passport ist in meinen Pants. Was ist 187? Never. Alter, ich kann es doch zeigen, Junge. 187? Hä? Nee, 78. Ja. Ach, fuck you. Oh, just look at this. And Steve Stevens. Any other questions? Ach so, ja. Ja. Und haben Sie schon gehört? Wie haben Sie alle angefangen zu skateren? Ich habe versucht. Ja. Wir haben alle angefangen. Ich habe einfach angefangen, wegen der Eurikis Mann. Ja. 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 Ich habe meine Wriste, weil es keine Wriste hat. Es hat keinen Funnel. Nein, weil ich habe versucht, dass ich es mit der Hand zu reißen habe. Und dann meine Wriste hat. Und dann keine Masturbation im nächsten 6 Monaten. Ja. Das war nicht gut. Aber für das habe ich hier Samy. Habt ihr euch schon seinen Namen gesagt? Ja, ich wurde erinnert. Ich kann erinnert. Ich kann erinnert. Das war etwas auf meiner Hand. Es ist eine lustige Bildung, vielleicht kannst du es finden. Ich hörte meine Hand und dann fuhr wir zum Krankenhaus. Ich weiß, das habe ich total vergessen. Wir wollten meine Hand und wir waren im supermarkt. Wir waren im supermarkt. Wir waren im supermarkt. Dann hörte ich meinen Finger und es war wirklich verdammt. Wir wollten es in den supermarkt. Wir waren im supermarkt. Wir haben eine Pizza. Wir haben eine Pizza. Es ist eine lustige Bildung, vielleicht kannst du es finden. Ich bin in der dritten Auto. Ich bin wirklich glücklich. Ich habe meine Hand in der Pizza-Card. Ja, aber wir haben immer noch keine Bones. Ich war auf meinem Skateboard mit dem Knie. Ich weiß nicht, wie ich sagen kann. Ich zeige es euch so. Auf meinem Skateboard und so. Und dann... Ich war etwa 10 Jahre alt oder so. Und dann... 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 So, Jungs... Any other German word, like FOTZE... Und dann... Ich weiß, dass die Russen viele Worte haben, wie Blirsch, Zucker Nazivajminiaboch Es ist nichts schlecht Ich sage ihn nur, nennen mich Gott Привет! Jakabariuboruski Aber wie wissen Sie, dass er Russisch ist? Na chui! Vielleicht ist es Slowenisch, ich weiß Ja, es ist ein Flagg Es ist ein Flagg Es ist ein Flagg neben seinem Namen Vielleicht ist es Slowenisch, ich weiß nicht Okay, ich muss die Mädchen jetzt richtig pronunieren Es ist Alabaster Skinfey Oh ja, Alabaster Skinfey Weil sie sagt Ha ha ha! Watching you guys, trying to pronounce my username Das ist hilarious Aber wir geben sie ein anderes Wort Muschi Muschi, take that Muschi Alabaster Girl Muschi Poschspice. Do any of you have tattoos? If not, would you like to get one? Also, in your opinion, what's the funniest prank you've done? Oh, what a funny coincidence. That was a similar question in the English, in the German part. Part. Paul. A cup of tea, Paul. Yeah, a tattoo. Anna has two tattoos. Two tattoos. Yeah. Do you want to wear... And show your tattoos. Your tattoos. Your titties. Titties. There's a tattoo. There's one... Oh my god. What the fuck? It's a little drawing I made. I know. You can't keep her in. On her wall. And she thought it was so cute that she had to put a tattoo on her. What is it? The foot wrist. Oh, hello there. Yeah, and there's... Fuck that part. What did I say? Yeah. Tell the demons what a good thing. And that's basically it, but Kala said he wants a tattoo on his ass cheek, so... I didn't say I want it, but I thought it would be a funny idea if I had a tattoo on my ass that would say, you're getting used to everything, even on an ugly ass tattoo, that would be cool if you had that on your ass. Yeah, but when I said, hey, we're filming for GTA and you can do tattoos on GTA, you know, just get a tattoo now. Wouldn't it be funny, but he made a pussy out move and said... Patrick, don't blame him for this. Don't blame him. Yeah, we are not blaming anyone. No one gets to blame him. If you're paying it, then I will... So, Alabazza, it's good for him. How old are you? Yeah, 100% natural. That's your homework for the next feedback. How old are you? How old are you? How old are you? How old do your friends say you are? You are. You are. You are. You are. There's Lauren Jefferson Puff 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 Puff. Could you maybe... What the fuck are you? How to do skateboarding video, as I'm just starting skateboard and I'm having trouble with a few tricks, especially the Oli. I can't get my bag wheels off the ground. By the way, love your videos. Keep up the good work. Yeah, I have my channel BorderlineTV, where I upload my penis and the so-called Dullahan. Yeah, that's another one. Yeah, but it's not that active right now because we had other priorities like GTA and shit. Yeah, and the weather was not that good either. But yeah, maybe. And maybe if I have a funny idea for a funny shitty tutorial how to skateboard, maybe. Feminine. Yeah, we'll see. But I won't promise. There's a definite no. Baby. Suck Frank's here again. Suck Lane. I'll say young chap would like... I have to read that because that's his funny British thing. Feminine no. I say young chap. That was too much. Would you like to come in for a cuppa? I don't have a British accent lol. In fact, I haven't met that many people that do. Oh, come on. She dipped the dildo in the mayonnaise. In the mayonnaise? It's like your guy's German accent is not the same. It's not the same as Arnold Schwarzeneggels. Don't have an Indian accent either. This is my invitation. Yeah, do it. This is my invitation. Do it. Get to the chopper! I don't know. Get to the boat! Into the tunnel! But our friend of Giga, David, he can do a very very good English... English? Or German? Yeah. He does a very good impression of Arnold Schwarzenegger in English. Maybe we'll have him in a feedback episode and then he will definitely do this one. Yeah. Don't remember. What accent do you guys find the funniest and can you do all of them? Especially the French. I can do the French accent a little bit but only in German, in English. Then go on. If you're able to speak in French, you're also able to speak the Russian. The Russian. Yeah, and... It's pretty hard. Didn't we say last time that the Indian accent is pretty hard? Very well? Oh. And as always... Have a nice dinner, arnie. The Indian accent. The Indian accent. The Indian accent. My name is... My name is... I'm not going to speak in French or English, but I'm not going to speak in English. Das ist ja auch schon. Ja, das ist ja auch schon. Es ist ja auch schon einfach. Er spricht französisch. Er spricht französisch. Englisch. Er ist so hart für mich. 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 Er ist mir, Mario. Ja, f*** das. Next. Was passiert, nach Halle kissed Jessica? Did he get into any trouble? Of course not. Jessica sagt, I'll f*** this guy. And in the next moment, Jessica and Kalle disappeared. And that's what came out. But I was pretty happy. Pretty happy. But Jessica was happy. I was really, really happy. I remember that moment. You know, we had a few experiences on that day and I was like, oh yeah, the day can't get better. But at that point, it really couldn't get better. It was the climax. That was pretty cool. We had to charge the camera. Why can't I do the... Why don't you get such a big... White-creamy? 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 Bobby! Just get a big Aku! Aku! Alright, so second. I think it would be funny if you guys did a... Omegle Chatrolit video. I know people already do it, but once would be fine. Unless I was kind of naked and masturbating. Hey, baby! Maybe... I mean it's a perfect video for Nostera thoughts or Nostera fuck for... Or just settle... Lost Terrac. Of course not for the main channel, but I think that would be fun. I mean if we're like... You know, a board or something, it would be cool. Alright, Ben Howard. Freshman, any advice? Hey, what? Freshman is... I don't know if you're new at the... Robin, I don't know if you're new at the university. I don't know if you're new at the university. Freshman is first year at the university. I think so. What does it can do? Get as many friends as possible and party the fuck out of that university. And don't write anything down. You never need it. There's everything online. You know, it depends on if you want to be the best in your class. It depends if you want to be good or just... No, it depends on your goals, what you want to reach and shit. Oh, there's the sauce on. If you want to reach to... Have a date with... Any girl in your... Class and... I don't know if you're new at all. I don't know if you're new at all. But get... Try... My advice would be... Don't... Don't try to make any enemies. Try to be... Try to be cool with everything. I don't know if you're new at all. Alright, so... Ben Howard. If you could take on the exact body and form of anyone else on the earth, who would it be? Nice question. Nice question. Persons or anything. I think it would be color because then it would be pretty. Awesome. I think I would take... I think I would... You know, just... Just... No. Oh, yeah. So, of course I want to be a woman. I should say that. But I don't know which one. Jessica Alba? Maybe if you have to... The chance... Chance... You could choose a young woman or a girl. So you have some extra lives, you know? Back in the game. Yeah, yeah. You have long enough to live. I don't get it. I don't get it. Everyone's crazy. Anna's totally drunk. She won't admit it, but she's drunk. I don't get it. I seriously don't get it. She just want to give Sammy some policy. Throw them on the desk. Some fries. Some fries, yeah. Good job, Anna. Fritz. Just because I'm black. So... That's a cool... That's a cool question. So... Who would you... Why I'm black? No. Who would you want it to be if you could change your whole body? You should, you know? Maybe I would... I would like to be Emma Watson because that's... Then there would be like 300 million people masturbating... Yeah. In your face. But seriously, I want to be a woman because I really want to try how all the sexual stuff would feel. Really. You know? I would really like to feel how it is for a woman. How it feels. How my little penis feels for a woman. You want to say that? Yeah. But then you have to fuck yourself. Unless you have to find yourself. Or the... Yeah, you have to... You change into a... So... So you would be Anna, huh? Yeah, but... Wouldn't it be also amazing to be like a bird or something like that? Because you can fly and shit. Or like a small mouse. Anyone... Anyone... I don't know. They have sex body and form. Yes, I think he wants to... He wanted to declare on persons. Ah, okay. So you don't... You are not that person. You just look like that person. Right. Okay, that's... That's something different. So then... So I take a woman just to... A good looking woman. In my opinion, good looking woman to... Young. Have sex with someone. So she need to be blonde. No. I also like brunettes. I don't know where he got that from. Yeah, so... Do you got anything to say? Because he's blonde and he wants to be your favorite sexual partner. He wants to be the first you try your new sexuality. Yeah. Absolutely. Because I'm a woman too. Okay, so does anyone have something to say? Yeah, I... I... I would like to be Czechy child when he was 18 or so. You would be Czechy child. Yeah. That would be cool as well, that's true. You could do shit and... Shit. Or like... Or like... I forgot his name. Damien Walters. Something like that. Yeah, but... Then... He's like... 30 already and then you would miss like... 10 years. Yeah. That would suck. That's why. Okay. The man's rights movement... Legitimate. 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 Or... Legitimate. Or laughable. And why? Legit. Legitimate. 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 Legitimate? I don't know. What? Man's rights movement. Legitimate. Cause. Or laughable. And why? I don't know that. Men's rights movement are like... Laughable. Because... Nobody cares. Because we're all dumb. And we're all thinking... Uh... That women have to be the ones who... Got to be supported. So... In my opinion everyone should be... Uh... Gleichberechtigt. What does it mean? Equal. Hard work. But the most important question. What does Nosterofu mean? You skipped this question last time. On accident. I don't want to answer it. I'm so sorry buddy. Um... Yeah we answered it. Uh... There... There's a huge video. Huge. I mean... It's long. And... I explained it... With every detail. But it's German. So... Sorry for that. Basically... My... My last name is Noster. And I founded this channel. Not to do YouTube videos like we do today. Just... It was my channel. So... And... It's kind of a... Selfish motherfucker. It's a pun. A play of words. Because of... Nosferatu. And... Nosterrafu. You know? Just changing... T and F. Damn! Califart. Really heavy. Really heavy. Heavy. So heavy rain. Califart. Really heavy. Yeah it's... I said wrong. But they know what I mean. The funny thing is... Daniel is about to... To visit America for three months. What? But... When he's lucky... I'll go with him and then... No no no. You won't. You will... Don't admit it in public. You know? I want to... Really... Really... Unomously... I'm going to learn... I'm going to study. I'm going to learn... I'm going to learn... I'm going to learn... But... It was... Way too long for us... So... We had... To make the decision... Borderline TV... Or... Nosterrafu TV... And Borderline is because of skateboarding... And... Yeah... There are no skateboarding videos for like... Two years now... And that's why... Nosterrafu TV... Basically... It was just more catchy than... Borderline is Nosterrafu... We didn't... Do... We didn't create this channel... With the idea... Of being YouTubers... And making videos... That's why it happened... That way... Yeah... Alright... So... Alex Long... Question for you... Not for me... For all of us... Would you guys go gay for me? Absolutely not... Send... I don't know... Send us a picture... Maybe he's the... Yeah... Okay... I would not go gay for Gerard Butler... But... But I don't know... Maybe... I would go gay for Gandal... Maybe you are the hottest man... On the world... Never say never... Never say never... Never say never... Never say never... Next question... Raver for TV... If you guys could be... Any animal... Or object... What would it be and why? I would love to be that dildo... I love such questions... No... You really won't... I mean... You would do anything with that dildo... But not the... We already said that... Okay... Yeah... That's why... That's a pretty cool question... So... Uh... So... We had that a few... A few minutes ago... A bird... Maybe... Yeah... Because I really wanted to feel that... Feeling of flying... Uh... Yeah... Because... Other than that... I can't imagine a cool... Maybe... Maybe a worm... A stone... A stone... Become a stone... Then... Then I would be immortal... An object... An object... As animal... I would say a bird... And... As object... Maybe a camera... So... You can see... All... How about... How about an Xbox One... Because you can see everything... You can see everything... A webcam... A webcam... A webcam... In front of a webcam girl... I want to be a camera... I want to see things... I mean... He's wearing glasses... Ah... Okay... How about... Pretty good question... Yeah... And it's my birthday... To... So... Can you give me a shout-out to Robby? Shout-out to Robby... So... Shout-out... Robby... Happy birthday... To Robby... Have you guys ever considered making an app? I don't know... Yeah... You did... Didn't you do an app? Make an app? Yeah... But not for... Or Sarah Food... Yeah... It doesn't matter... Then what does it do? The question is... Yeah... What should this app be? Just... Okay... Anyways... Just for videos or what? So... Total... Total... Omnicide... Joining... Joining Singer... Uh... What's that awesome? Öl... You're from... You're from... You're from Norway... We love Öl... Yeah... You will get it... You will get it later... Trolling Signal was awesome... Do you have a website... Where you have all the raw edited footage? No... But... Uh... Yeah... I'm playing with the thought of... Having a website... Because... It would be pretty cool... And... We only have this little website... On... Giga.de... Which isn't really our website... Our homepage... So... It would be cool to have... A homepage... A homepage... Maybe... Uh... To say something to the app... It would be on Android... Not on iPhone... It doesn't matter... It's an app... No... And... What was the app about? To... To... Play... Videos... Of us... Sitzcraft... No... I mean... The one you... Created... Already... It was a game... I guess that's New Zealand... Or Australia... Sitzcraft... If you had internet... Like me... Mine... How... Like mine... How hard would life be? Yeah... You tell us... No... I know that... I totally... I totally can feel you... Because... You know... At the moment... I got like... Two... Two homes... You know... Like... One here... In Weimar... And then... In Schuttgart... I got like... Really fast internet... And whenever I come... Back home... To my real home... No... My internet is... Pretty fucking slow... And I really... Can't feel you... It's one of those... Um... Um... Uh... Third world... No... What's that? Yeah... Third world problems... But... It is hard... Yeah... So... Immortalis... IL... Do you plan to... Film... Work with any other YouTubers... Famous or not... Also... Do you have any other... Game prank coming up... Next... Uh... Except the Assassin's Creed stuff... Yeah... Um... The Hitman stuff... Hitman stuff... Will come out... Sometime... Anytime soon... And... 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 Yeah... Maybe Mirror's Edge... GTA Real Life... Yeah... But when he wrote it... Yeah... But no... Yeah... But no... No... I'm so excited... Yeah... Maybe Mirror's Edge... But... We'll see... We'll see... Maybe... Do you plan something with other YouTubers? Yeah... ButcherTV... But... Those guys are German as well... So... I don't think it's... It will be very interesting for you... So... What's your... Uh... Reverse... Worst... Best Breakup Story? Oh... You really... Usually you shouldn't tell us something... I don't know... Yeah... Uh... Kalle did the Bastard move... Oh dude... What... Yeah... But... That's all I could say... What is the Bastard move? I'm a pretty... I'm a good boyfriend... Anna's best breakup story is... She actually... Shed... In front of... Her ex-boyfriend's door... He... Really? What? Like... Poop... 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 Yeah... That's it... Okay... Ben Howard... Did they make... Did they make you take down the Gamescom video? I read the German comment that Gamescom said... About your video... Thanks to the Transator... That... That really sucks... That that happened... But... At least... A lot of people saw the video... And the legend will live online... Yeah... Absolutely... Yeah... We had to take it down... But maybe it will be online anytime soon... We don't know... But... If so... We will change it... Because... The Oculus Rift part was... Yeah... It was... A bit too much... It's got a little bit to fall... What? Can you say something else? No thank you... Yeah... I'm gonna take a beer... A beer... I'm gonna take a beer... He's gonna take a beer... He doesn't have to go back... And take a beer... No... We'll take it... A beer... Okay... So... The next guy is pretty funny... He's not... He's German... But he comments in English... And he's a pretty funny guy... I read his comments already... So... Jordan Panzer... Aha... Okay guys... For next... I'm gonna take a beer... I'll take a beer... I'll take a beer... Thank you... I have... 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 When you ever meet Viber... And go to Munzor... Seriously... Do it... Bye... Good day... So... Jordan Panzer Division... Yeah... Five questions... Okay guys... Six... For next video... I want... I want you to answer these questions... Okay... Are you... Are you German girls easy to pick up... And why the hell... Do Americans think... All Germans aren't Nazis... Yeah... Because it's a cliche... So... Yeah... He's the... The biggest Nazi of them all... Negro Nazi... Negro Nazi... And we pick up German girls so easily... Yeah... That's pretty sexist... From you... Yeah... Next one... Another question... What do you guys think of Rammstein... And the song Rammstein... By Rammstein... When they're singing about... Rammstein... Rammstein... Airshow... Disaster... I find the song disturbing... What do you guys think? I haven't heard it... Or... Yet... It's very... Ramm... Provoking... Provoking... Speak a little bit louder... Lauder... Stein... It's provoking... It's provoking... But... I don't know... It's provoking... It's provoking... It's provoking... It's provoking... So... In general you can say... Rammstein is a pretty good band... And pretty successful... Even... You know... One of the... One of the... Symp... For them... No one... What do you want to say? Okay... So... I like Rammstein... That's what I want to say... Yeah... Yeah... Because... And... That's actually pretty cool... And... And... They're not Nazis... If anyone is thinking that... But... The most people know that... But... Stupid people don't know that... Stupid poor people... Stupid poor people... Put your hands in the air... Yeah... You find the song disturbing... I... I don't actually know that song so good... I just... You know... The thing that keeps in your head is like... Ramm... Stein... And you know... And... I don't know the rest... Yeah... For me it's pretty... Exaggerating... Exhausting... To listen to Rammstein... More than like... One hour... So... I can't do that... I mean... They have a lot of pretty good songs... Yeah... But... They are pretty good... But I can't listen to them... More than... One hour... So... Yeah... Me again... PS4 or... Shitbox One... I can't tell what you are preferring... Um... Cuff Cuff... I mean Xbox One... Yeah... For me it's... PS3 too... PS3? PS4... Yeah... I'm gonna buy PS4... Yeah... Absolutely... Because it's... It's cheaper... Cheaper... I thought you're not going to... Light and so... What about the light of the other... People sitting and so... It doesn't matter... It doesn't matter... The colleague comes again... And... Anyways... Okay... Um... Yeah... Um... Yeah... I'm gonna buy the PS4... Because it's cheaper... Um... It's better... And it's better... Yeah... And... Shitbox sucks... No... I'm not a hater of Xbox... But it's... It's... And... I mean... 100 euros... That's like... Almost two games... You can... You can buy to your... PS4... That's why... That's... Like... The best argument... Yeah... So... Next one... Do you wanna add... Yeah... Anna's gonna... Buy... PS4 too... What do you guys think about Syria crisis with the gas and who... Do not... And who... Do you think... Has better weapons gun-wise... The Americans or the Mighty Krauts... I love Germany by the way... The Mighty Krauts... The Mighty Krauts... Well... We could... The Mighty Krauts are the... The masters of exporting weapons... And all... In the... In the... In the world... In the world... Yeah... Well... We could talk for that... For hours... It's a pretty... 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 Complicated conflict... But... I think... Yeah... You're the one to blame... No... I think... Violence is... Violence is... Almost... Almost... Every time... Violence is stupid... So... And... I think... Assad has a lot of stupid things done... As well... And... I think... Yeah... I... You know... I would talk too much if I start that topic now... Yeah... That's... That's too political... And... We're... A bit tired... Right now... Because... It's... Already late... And... For two hours... I'm sorry... Um... Yeah... So... Are you guys ever going to do a fan meet-up? That would be awesome as fuck! And by the way... I can speak German... Yeah... But... But it's terrible as well... Good for you... Yeah... Fan meet-up is pretty difficult... Because we have fans all around the world... And we said it before... That's why... It's pretty complicated... It's just right here... Yeah... Wait... Come on... Yeah... That's right... Andy... So... It's... 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 Yeah... Maybe the camera will shut down now... But... Nice... Yeah... Lights... Um... Yeah... All around the world... That's... That's why it's pretty... Hard to... Gather them... Maybe... Only a... Meeting of German fans... But... Yeah... They're... Not... Yeah... Fuck... I'm... I'm out of here... Jordan Panzer... How often are you guys going to upload your videos on your main channel? You guys are awesome... Soon going to blow up... On YouTube... Not the terrorist way lolz... Yeah... If... If it happens... It will be cool... If not... Fuck that shit... Yeah... Would be cool... But... Doesn't matter... So... So it's pretty cool too because that's... Now we have like... We... We know... You guys... We know your account names... And... If we would have like... 1 million subscribers... It would be too hard to eat... To read every comment... Every... Message... You send us... Stay connected to the base... Stay connected to the base... All the base belong to us... Um... Yeah... And we will just... Uh... Going on like... Do whatever we want so... Yeah... We're not going to change or something like that... Yeah... I think everyone says that but... Yeah... I mean... What do you want to hear? Yeah... I mean... It's... It's my opinion as well... But... If... If... If we would have... 10 million subscribers... There would be people... Saying... You've changed... Even if... Then... So... The word on my... Eh... The word on my... The word of my German brothers is not Diary... It's Agenda... Agenda make sure you remember... It's Agenda... Agenda... You hear me? Yeah okay... Agenda... But... Agenda... But... It's... It's Diary... Isn't it...? It's Agenda... Aber die Kinder müssen wir nicht mehr sehen. Aber das ist ein guter Dich. Die nächste Frage von von Jon-Panzelbein. Die nächste Frage ist ziemlich gut. Wenn wir zurückkommen, wenn wir zurückkommen, wenn wir zurückkommen, und ihn zu treffen. Was würdest du machen? Wir müssen extra anfangen. Wir gucken sie raus. Dann habe ich noch so eine Sachen. Mit dem Wissen. Das ist ziemlich gut. Many guys would say I would kill him or something like that, I would prevent him, but there are theories or there's this book where these guys have so many theories, like if you prevent Hitler from being Hitler, then there would be a much worse scenario happening, you know. Maybe like a third world war, okay, first there would have to be the second world war, but like dropping atomic bomb everywhere in the world or something like that, just a worse scenario than it was, maybe, but we can't say for sure. Yeah, I think it's not, yeah, yeah, so I would just let the history being the history and that all. You just would follow Hitler and... No, I would not, of course I would not do that, but I would just, I don't know, pretty good question, pretty hard. Maybe we should bring him a hooker and then he would be much more relaxed, you know. Maybe I would tell him that in the future a lot of people would make fun of him, really a lot of people would make fun of him. And of his jokes. Just of the behavior of him, yeah. Oh, and also, and also, Kalle, do you work out and if you do, do you have any tips for me for core workouts? Yeah, absolutely. I just worked out for like, I don't know, a few years ago and all, you know, all what's left is what's left and no, seriously, I don't have... If, just be, it sounds kind of stupid, but just be like, have the discipline to really do it for a period of a time. You're like, all two days or all three days, just really do it. And don't stop, if it's possible. Right, so, yeah, very interesting, Kalle. Brave, Brave 4 TV. I'm sorry, guys, if the camera shuts down, then the English power is over, I'm sorry. The, the battery, the battery is almost down, over, empty. So, the next date. Have any of you broken bones? If so, how? No. Roman just said that. Xbox or PS3, we already had that as well. PS3. When are you guys' birthdays? 23rd of December. 2nd July. 2nd June? July? Fuck. Fuck, June. I know that, but it was just the wrong English. By the way, that's the last question. The last question? Yes. Oh, okay. Perfect. Really? Yes. Okay, then, let's talk about our birthday. Maybe we can talk about my birthday is 25th of July. Maybe we can talk about that Syria thing. Syria? Maybe. Okay. Okay, until the camera shuts down. Why so serious? Why so serious? Why so serious? Fuck, I don't know. I don't know. Where was this question? What? What do you think about this whole situation now? Okay. Well, you know what, Sina? Of course, it's... So, to, 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 to claim that situation is, I could say that, I think it's pretty stupid that people out of a country are fighting themselves, you know? I mean, that they're... The Syrian people... Okay, yeah. But it's been a bit. Because... 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 Cameras empty, dead, batteries dead. Yeah, that's bad, but it's all done. But this is... It's all right. Yeah, it doesn't matter. Yeah, sorry buddies. Sorry buddies. We're touching... Anna's birthday is on the 16th November and that's it. Last question. And Herodes? Herodes, second? Second what? January, January, January. I'm so fertig. Yeah, sorry guys. See you next time. Bye. At least your comments. Seeing your comments. Stay safe. Spaß. Wow, I'll drink my beer. Oh, sure. Yeah, it's pretty good. Let's go. Yeah, I'll drink my beer.